Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Dann ein bisschen Geld zu stecken, dann werden unsere Kameras besser. Das sieht man, glaube ich, in dieser Folge auch schon, da hat sich wieder was getan. Und dann können wir mehr Sachen machen. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ansonsten folgt uns natürlich gerne auch auf Twitch und guckt uns dazu, wie wir Sachen spielen. Georg und ich zum Beispiel spielen Solasta, Ivan spielt alle möglichen verschiedenen Spiele und Falki wird vielleicht auch irgendwo mal wieder spielen mal sehen. Genau, aber alle Links in der Beschreibung und ansonsten fangen wir einfach direkt an. Was ist passiert in der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen? In der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen haben unsere Helden angefangen, sich durch, ich würde mal sagen, einen Assassinentempel fast schon durchzumetzeln. Ihr habt erst eine größere Schlägerei gehabt mit so acht Assassinen, die plötzlich aus dem Dachstuhl heruntergestiegen sind. Und dann, als ihr die gerade besiegt hattet und dachtet, ja, wir haben sogar einen gefangen genommen, wir können jetzt hier in aller Ruhe weitermachen, dann fingen plötzlich an, aus der Tür, aus der ihr ursprünglich kamt, also euer Rückzugsweg praktisch, der wurde plötzlich versperrt durch einen Herrscher von weiteren Assassinen, die absolut geräuschlos euch gefolgt sind und jetzt sozusagen diesen Tunnel nach hinten komplett blockieren. Und deswegen seid ihr weiter nach vorne gerannt, durch die nächste Tür durch und ihr seid in einen Trainingsraum gekommen für die Assassinen, der sehr widerlich war, wo jede Menge Blut auf dem Boden war und vier Beschwörungszirkel. Und aus den Beschwörungszirkeln, als ihr euch gerade entschieden habt, die nächste Treppe zu nehmen, kamen zwei riesige Skorpione raus. Und die habt ihr in der letzten Folge heldenhaft besiegt und ja, dann habt ihr euch entschieden, endlich die Treppe runterzugehen. Und die Treppe ist eine Treppe in die Dunkelheit. Ja, und dann hast du uns ja, als die Kameras ausfahren, gesagt, dass das jetzt aber auch das Schlimmste war mit den Skorpionen und dass da jetzt überhaupt nichts mehr passiert. Es ist nur noch Heiltränke und großbusige Bar-Wanches und extrem gut aussehende Bar-Männer und Stripper und alles Mögliche gibt es jetzt. Also es war jetzt der Test von den Assassinen, ob wir cool sind. Ob sie in den Himmel kommen, genau. Ja, ihr geht die Treppe runter. Wer möchte als erstes vorangehen? Ich würde gerne als erstes vorangehen. Gut, deine Rage ist natürlich jetzt dann auch verloschen. Ja, der Kampfakt ist ja vorbei, also dementsprechend ja. Genau, und das bedeutet, du hast jetzt... Außer du slappst mich, Dexter, dann bin ich immer noch in der Rage. Du hast da zweite Frenzy auch benutzt letztes Mal. Ja. Das heißt, du bist jetzt... Oh, scheiße. ...ziemlich, ziemlich müde. Oh, scheiße. Du bewegst dich jetzt nur noch mit halber Geschwindigkeit und hast Nachteil auf alle Ability-Checks, also alle Attributswürfe. Ne, alle Ability-Checks. Auch auf Ability-Checks schon vorher. Jetzt, ich glaube... Ne, ne, der nächste Step 2 ist nur Speed ist haft. Achso, ja, genau. Okay. Also du bist jetzt langsam. Du fühlst dich jetzt wirklich... Du bist jetzt durchgeschwitzt bis aufs, äh, bis auf deinen Ländenschutz. Und... Das ist ein Onlyfans, kann ich nicht sagen. Du glänzt vor Schweiß, genau. Und, ähm... Ja. Ja, morgen ist dann so das Schlusslicht, würde ich sagen, und in der Mitte Dexter. Ja. Und um Gumos schwitzenden Körper wirklich schätzen zu können, würde ich dann meine Fackel anmachen. Ja. Hast du einfach nur eine Fackel dabei? Ich habe Fackeln dabei, ja. Okay. Und natürlich auch eine Tinder-Box, also um die Hand zu sehen. Also du machst jetzt so... Ja. Und dann plötzlich geht eine Fackel an und ihr könnt jetzt im Dunkeln ein bisschen sehen... Beziehungsweise nein, ich habe zwar eine Tinder-Box, aber natürlich mache ich sie mit Prestidigitation an, weil ich cool bin. Ich mache einfach so... Einmal mit der Hand drüber. Okay. Ähm, du machst... Das ist ja... Und das hier... Das ist doppelt gemoppelt. Du hast ja die Tools, aber du machst es nicht. Genau. Die Tinder-Box ist halt standardmäßig im... Aber schlecht. Verkauft und dabei verkauft. Genau. Und deswegen könnt ihr jetzt die Treppe auch ein bisschen runter sehen. Und auch hier gibt es eine wunderbare Karte, die ich euch noch nicht zeigen kann, weil sonst wisst ihr zu viel. Aber, ähm, ihr seht, dass da unten einfach nur ein langer Flur ist mit einem schwarzen Steinboden. Die Treppe geht auch nur, ich sag mal, ja, halt eine Etage runter. Das ist jetzt nicht... Ihr müsst nicht wahnsinnig weit runter. Das ist eine Treppe. Ihr müsst auch nicht irgendwie um die Ecke oder so, sondern es geht einfach nur runter. Ähm, wie hoch sind die Räume da? Ich würde sagen, ja, ihr steigt jetzt da so fünf Meter runter. Im Großen und Ganzen. Vier bis fünf Meter. Das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, wenn man so eine Treppe runterläuft. Kannst du Lula vorwärts fliegen lassen? Ähm, klar kann ich. Ich meine, die kann auch nicht im Dunkeln sehen, aber ja, ich kann sie mal... Also, wie viel... Wie viel... Der Gang geht noch ein Stück weiter. Der Gang geht noch ein Stück weiter. Ähm, wenn ihr unten am Fuß der Treppe ankommt, seht ihr, dass aber auch schon so in 15 Fuß Entfernung vielleicht, ähm, eine Tür ist. Und ansonsten, wenn ihr den Gang weiter... Wollt ihr den Gang noch weiter ausleuchten und weiter runtergehen? Ich glaube, ich würde... Also, ich würde jetzt mal bis zur Tür gehen. Ja. Und dann einfach einmal, äh, Lula losschicken, dass sie den Gang bis ans Ende, also bis es nicht mehr weitergeht, abfliegt und zurückkommt. Einfach mal nur schauen, ob sie, ob sie halt zurückkommt, wenn sie einmal... Ja, tut sie. Ist auch nicht sehr weit. Ist ungefähr nochmal dieselbe Distanz wie zur Tür. Okay. Und da, äh, da ist aber nichts mehr. Okay. Das ist einfach nur, der Gang geht da einfach nur ins... Also, da ist eine Wand am Ende. Also, wir haben eine Tür. Ja, eine Tür. Okay, ähm... Äh, jo, Jungs. Also, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich glaube, wir sollten einfach weitergehen. Aber ich würde mich... Der Punkt ist, die zwei Kämpfer haben mich jetzt... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die haben mich schon ziemlich geschlaucht. Also, ich meine, ich habe nicht so viel abbekommen. Aber eigentlich bräuchte ich mal... Eigentlich müsste ich mich mal konzentrieren, um irgendwie meine magischen Kräfte wieder zu sammeln. Aber, ja, lass erst mal gucken, was hinter der Tür ist, oder? Was? Ich bin komplett fertig. Ja. Ja. Zwei Läber exorgen. Du kannst mir nur noch eine Richtung zeigen und ich gehe in die Richtung. Ach, scheiße. Ähm... Geradeaus. Nee, geradeaus geht es nicht weiter. Wir müssen hier durch die Tür. Ähm... Morgan, wäre es nur mal so nett zu gucken, ob die Tür aufgeht. Ich bin direkt hinter dir, aber... Wie viel Schaden hast du schon genommen nochmal? Ich bin bei 24. Das ist sehr, sehr weh. Es ist schon... Also vielleicht, warte mal, ich gucke mir Gummo jetzt dann zum ersten Mal. Bisher, bisher habe ich nur irgendwie, weil ich bin ja direkt hinter dir gelaufen und habe vielleicht so ein bisschen einfach... Habe ich Inspiration gesammelt eigentlich durch die Currywurst von Gnomi? Inspiration durch die Currywurst? Also erst mal waren es Würstchen und Reis. Schade. Aber, ja, du kannst tatsächlich von mir aus einen Inspirationspunkt davon haben, weil dich das so bewegt hat, endlich Gnomi zu sehen. Ähm, ja, also wie gesagt, als wir die Treppe runtergegangen sind, habe ich nur so ein bisschen irgendwie Gummos beeindruckenden Rücken bewundert und seinen Arsch, der vor mir die Treppe runtergegangen ist. Ich habe so ein bisschen gegafft, ähm, aber jetzt gucke ich dich an und sage, ey, Gummo, weißt du was? Ich glaube, wir sollten uns wirklich, ich meine, wir sollten aufpassen, aber vielleicht sollten wir wirklich uns erstmal ausruhen. Ich meine, wer weiß, was da hinter der Tür noch kommt. Also ich meine, auch wer weiß, was da von oben noch kommt, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn ich gucke dir den Stein an, wie weit, äh, wie weit ist er schon fortgeschritten? Oh, scheiße, der Stein, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ihr seid, äh, in den Tempel gekommen, ihr habt da ein bisschen, äh, seid ihr da rumgeschlichen und so weiter. Ich würde sagen, auf dem Stein ist jetzt eine deutlich größere Ecke rot geworden, aber der Großteil vom Stein ist noch grün. Ähm, aber, also es ist schon deutlich mehr geworden als zu Beginn, als ihr, äh, darauf geguckt habt. Und auch am Markt hast du es auch mal gecheckt, da war es ja nur eine Ecke. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so, ich sag mal, ein gutes Drittel, Viertel vom Stein. Das ist viel. Ja. Wie sieht Morgan eigentlich aus, so? Äh, der hat einmal ein bisschen Schaden bekommen, aber ansonsten geht es ihm eigentlich gut. Ohne Scheiß, Gummo, wir müssen uns ausruhen. Du bist voll, du bist voll im Arsch, ich kann fast nicht mehr zaubern. Aber kann man sich hier ausruhen? Ja, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, aber wir können es jetzt, okay, wir gucken jetzt mal, was hinter der Tür ist, aber dann, scheiß drauf, morgen kannst du hinter die Tür gucken, ich bin direkt hinter dir, falls irgendwas ist, aber. Also, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt einfach so da durchgehen sollten, ich meine, ganz ehrlich, also. Die Tür hat eigentlich Ärger gebracht bis jetzt. Ja, also, ich sag doch, wir sollen uns ausruhen, Gummo, jetzt, dann lass uns hier. Ja, und findet ihr das nicht komisch, dass sie, dass diese ganzen Assassinen uns nicht gefolgt sind? Ich meine, wir haben einfach nur so einen Holzbarren vor die Tür gemacht und die haben einfach nicht mal versucht, da durchzukommen. Ja, Morgan, ich finde das alles, vielleicht wissen die, was da ist, vielleicht wollen die gar nicht da mit rein. Ich finde, alles, was hier drin passiert, ist komisch. Ich weiß ja nicht, aber ich meine, wir haben doch, also, oder hast du einen anderen Vorschlag, weil, so wie ich das sehe, wir haben die Wahl, uns kurz ausruhen, durch diese Tür zu gehen oder zurück zu gehen. Ja, aber kurz ausruhen sollten wir uns auf jeden Fall, bevor wir durch diese Tür gehen. Okay, cool, dann sind wir zwei für ausruhen, Gummo setzt dich hin. Und ich, ich, ich versuch so wirklich ihn so an seinem Arm nach unten. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit ausruhen meine, ich meine, wir haben Heiltränke, oder? Vielleicht sollten wir die trinken. Ja, ihr könnt auch Heiltränke, wenn wir uns eine Stunde ausruhen, dann... Eine Stunde? Ja, es ist zu viel, okay. Hier, Gummo... Wir können jetzt hier ja nicht eine Stunde warten, die kommen doch auf jeden Fall. Ja, natürlich. Es gibt nur falsche Entscheidungen gerade. Es ist mir echt... Entschuldigung, Entschuldigung, Morgan, ich bin einfach auch echt gerade ein bisschen... Ich hätte nicht gedacht, wie wichtig Faruk für diese Operation ist. Wirklich. Wow. Da lernt man sich mal zu schätzen, ne? Ja. Ähm... Ja, gut, äh, Gummo, hast du, hast du noch Heiltränke? Ähm... Also ihr habt gerade welche gekauft. Wenn ihr jetzt keine da stehen habt, dann habt ihr nicht ordentlich buchgeführt. Ich frage, ich frage, ich, weil ich brauche keinen. Ich habe, ich habe nicht viel Schaden genommen. Ich würde einen Heiltrank... Was für einen Heiltrank hast du? Ich glaube, einen, einen kleinen Heiltrank habe ich auch. Dann, äh, Sekunde, warte. Also in-game geht es schneller, aber... Du hast auf jeden Fall noch einen Greater mitgenommen. Genau, ich gebe hier einen 2d4 plus 2 Heiltrank. Ja, das ist ein normaler, ich gebe dir einen Portion of Greater Healing. Ich drücke den so hin, hier trink. Ja. Das sind 4d4 plus 4. Morgan, ähm, trinkt auch... Also wie viel nochmal? 4d4 plus 4. Also 4... Also 4 von denen, richtig? Richtig. Okay, jetzt ist es sehr wichtig, dass ich gute Hilfe will, weil ich glaube, es kommt auf jeden HP an. Ist okay. Ich habe durchwachsen gewürfelt. Also 7, äh, 9, 10. 10 plus 4 ist eine 14. 14 plus 24 bin ich zurück auf 40. Ne, äh, auf 38. Du kannst natürlich deinen Trank immer noch trinken. Würde ich auch machen. Nicht blöd. Und das war nur 1d... 2d4 plus 2. Also, mal gucken. Ja, 6 plus 2 ist eine 8. Ganz grob, wie lange sind wir jetzt insgesamt unterwegs? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, äh... Plus, minus... Ah, weniger als 8 Stunden immer noch, oder? Ja, 3 oder 4 Stunden. Okay. Muss ich erinnern, also meine Mage-Armor ist noch eine ganze Zeit. Also 6 plus, äh, 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 plus, äh, plus 2 ist eine 8. Und jetzt bin ich auf 46. Das ist doch schon mal viel besser. Schließen sich meine Wunden. Ja, deine Wunden fangen an sich zu schließen. Äh, wie viele Hitpoints hast du eigentlich Maximum? Ich hab 64 Maximum. Und jetzt bist du auf 48? 46. 46, okay. Naja, du bist immer noch ganz schön verletzt. Mhm. Äh, du bist überall grün und blau geschlagen jetzt. Die Sachen sind noch nicht so verheilt. Und du hast immer noch eine Menge Wunden, die sich zwar schließen, aber du hast auf jeden Fall jetzt hier so krasse rote Narben und so weiter. Da, wo sie sich überall geschnitzt haben. Ähm, aber gut, äh, ja gut, dann Morgan, jetzt mach endlich diese Scheißtür auf. Also wie gesagt, Morgan hat auch noch einen, ähm, äh, Heiltrank getrunken und lädt seine Armbrust nochmal richtig schön durch. Und, ich lade meine Hand nochmal richtig schön durch. Ja, ich hab den Kerzen ja natürlich in der Hand. Ich mach wirklich, ich mach einfach so eine Bewegung, weil ich auch mich irgendwie vorbereiten will. Das ist überhaupt nichts zu bedeuten. Aber, also ihr wisst schon, ihr habt noch mehr Heiltränke gekauft und so weiter, ne? Ich hab jetzt noch einen normalen Heiltrank. Und ihr durftet das ja alles mitnehmen von, äh, Mirosch. Also ich hab hier einen Heiltrank, den ich getrunken hab, genau. Naja, das ist halt, weil Faruk das gekauft hat. Ah, Mann. Ich hab dann noch den Trank der Bullenstärke, den hab ich noch. Den hat er mir gegeben. Also ich hab noch einen normalen Heiltrank. Äh, den kann ich dir auch noch geben. Weil ich hab, wie gesagt, ich hab nur zwei Punkte Schaden genommen. Ich bin, also wie ihr wollt, ich sag's nur mal, weil, äh. Komm, Gumo, hier, ich geb dir noch den kleinen Heiltrank, nochmal zwei, die vier plus zwei. Okay, super, dankeschön. Ich bedanke mich wirklich. Und das ist eine sechs plus acht, äh, plus zwei. Das sind acht. Das sind acht, genau. Also nochmal acht, das sind. Vier und fünfzig. Genau. Okay. Gut, ähm, was wollt ihr tun? Gut, ja. Äh, ja, ich sag, wie gesagt, okay, Morgan, und ich sag, also Morgan, das ist nicht persönlich gemein, aber mach bitte diese Scheißtür auf. Es geht nicht gegen dich, ich bin einfach nur super gestresst. Ich überleg mir gerade, ob das ist, äh, man weiß ja nicht, was dahinter ist, so, äh, er, er hat, ähm, nimmt die Armbrust so in seine linke Hand und zieht ein Schwert. Also, Morgan, ich kann, ich kann gucken, was dahinter ist, aber dann kann ich im Kampf fast gar nichts mehr machen. Ja, 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 er zieht ein Schwert und, äh, ja, drückt die Klinke mit dem Ellbogen runter und rammt die so mit der Tür, mit der Schulter auf, die Tür. Und die Tür geht einfach auf, ist eine Holztür, äh, eine starke Holztür zwar, aber die geht einfach auf, die schwingt so langsam auf. Und ihr erkennt dahinter einen Raum. Ähm, der Raum ist, äh, ungefähr so groß wie der Raum, in dem ihr gerade eben, äh, diesem, diesem Trainingsraum, ne, ist praktisch nochmal dasselbe Layout von der Größe her. Ähm, der Boden fällt euch sofort auf, ist aus schwarzem Stein. Ähm, in der Mitte direkt vor euch, wenn ihr in den Raum reinguckt, ähm, ist ein, äh, roter Teppich auf dem Boden, äh, ziemlich direkt in der Mitte des Raums. Und auf diesem Teppich steht ein Schreibtisch, ein edler, gefertigter Schreibtisch, der, äh, mit so grünem Samt und so weiter verziert ist. Und dahinter auch der dazu passende große Ohrensessel. Ähm, und, äh, ja, das ist das, was man jetzt durch die Tür als erstes so sehen kann. Und dann, dahinter an der Wand ist auch nochmal irgendwo so ein Teppich, ähm, und, äh, in der rechtshinteren Ecke von euch, da könnt, das könnt ihr halt sehen, äh, da ist so eine Art, würdet ihr sagen, wie so ein Bett. Äh, auch in so grün gehalten und, ähm, nicht besonders edel, einfach wie so ein... Ja, aber wir haben auf jeden Fall seine Lieblingsfarbe schon mal so, glaub ich, rausgefunden. Und dann, äh, auf der linken Seite, ähm, da ist es ein bisschen dunkler in der Ecke, äh, da ist auch irgendwas, das könnt ihr jetzt grad nicht so gut erkennen, weil ihr keine Darkvision habt. Äh, was wollt ihr tun? Ich zeig euch den Raum. Ja. Äh, ach nee, noch nicht, noch nicht, äh, gleich. Okay, da ist ein Schreibtisch. Der ist ziemlich genau in der Mitte des Raums und der ist der Tür zugewandt, soll heißen, die, die breite, die lange, die lange Seite ist, äh, wie sagt man es am besten? Die Kopfseite. Äh, äh, das ist, ne, das ist nicht die Kopfseite, der Kopf, der Tisch ist ja immer eine, eine Seite von, wie klein ist, sondern, es ist so, als würdet ihr reinkommen und dann würdet ihr wie vor einem Schuldirektor stehen. So, so ist es aufgebaut. Okay, aber wir sehen keine Kreaturen. Ihr seht aktuell dort niemanden, nein. Ich möchte, ich möchte trotzdem Perception-Wurf machen. Äh, äh, ja. Und was, was willst du denn passiven? Decke, einfach. Ach, du willst nach oben gucken? Ich will gucken, ob irgendwann jemand sich runterseilt. Ja, okay, mach das. Eine 13 plus 1, eine 14. Also, der Raum hat ein paar Lichtquellen, wie zum Beispiel auf dem, auf dem Schreibtisch stehen zwei Kerzen, so Gläsern, die so leuchten. Äh, und an den Seiten sind auch ein, zwei, ähm, äh, so Glow-Orbs an der Wand. Das heißt, es ist nicht schlecht beleuchtet, es ist ein bisschen düster, aber es ist nicht schlecht beleuchtet und du siehst an der Decke eigentlich nichts Auffälliges. Zumindest da, wo du es sehen kannst, ist da nichts Auffälliges. Okay, Jungs, ich würde total gerne diesen Schreibtisch durchsuchen. Ganz kurz, ganz kurz. Ich hab schon mal gegen so einen kämpfenden Teppich gepackt, gekämpft. Ja. Ich möchte kurz gegen den Teppich so... Ne, erstmal müsst ihr erstmal reingehen. Das habt ihr nicht gesagt. Stimmt. Ihr müsst schon Schritt für Schritt, ihr geht jetzt hier nicht zack, zack und alles wegnehmen. Genau, also ich bin, ich muss sagen, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir einen, so einen Schritt in den Raum reingemacht haben, aber dann haben wir das noch nicht. Das müsst ihr sagen. Ja. Ja, okay. Davon ausgegangen. Dann, ja, ja, nee, nee, nee. Ich bin davon ausgegangen, dass wir hier alles erledigt haben. Wir gehen dann. Ja, 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 ja. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt, also auf jeden Fall, ich gebe morgen so ein Zeichen, dass wir beide einen Schritt in den Raum reinmachen und damit gegebenenfalls die Falle auslösen, die da passiert. Wenn du schon so fragst. Ihr macht, also ihr könnt einen Schritt in den Raum machen, es wird keine Falle ausgelöst. Okay. Aber Morgan bleibt plötzlich stehen. Ah. Und, ja, steckt so ganz langsam sein Langschwert weg, was er gerade gezogen hatte und hebt dafür die Armbrust hoch und richtet die auf die Ecke, die etwas dunkler war, wo ihr bisher nicht so richtig hingucken konntet. Und jetzt kann ich euch den Raum auch zeigen. In dieser Ecke, wo nicht das Bett ist, da ist ein Bücherregal. Das geht so rum und da ist ein Sessel und in diesem Sessel sitzt eine Person. Und zwar eine große, kräftige Person, die eine Kapuze trägt, also so eine Kutte mit so einer Kapuze, die auch relativ weit ins Gesicht gezogen ist und die liest gerade ein Buch. Die Person. Wir können also nicht sehr viel von der Person sehen, außer dass da so ein großer Umhang ist mit so einem... Können wir davon ausgehen, dass sie uns gehört hat? Wie solltet ihr das beurteilen? Aber sozusagen, nachdem Morgan das jetzt reagiert hat, bin ich zumindest auch, habe ich mitbekommen, dass da jemand... Ja, ja, er richtet die Armbrust da drauf und zielt. Dann würde ich sagen, können wir ja quasi, wenn der es jetzt noch nicht gesehen hat, können wir jetzt einfach alle unsere Armbrust zücken und einfach alle gleichzeitig schießen. Also, das ist schön gut, aber Dexa geht davon aus, dass diese Person auf jeden Fall weiß, dass wir hier sind. Das ist so eine witzige Beobachtung. Ich meine, wir haben die Tür aufgemacht. Vielleicht ist es ein Buch, vielleicht ist es ein gutes Buch. Okay, wir haben aber keine Zeit, das zu diskutieren. Ich gebe nur, ich versuche Morgan, ich meine, ich bin jetzt auch keine Soldaten, aber ich versuche ihm so irgendwie zu signalisieren, dass er nicht schießen soll, aber sich bereithalten. Aber keine Ahnung, ob er das versteht, weil ich mache nur so ein, ja, und sage dann... Das war der nicht sagendste Gesichtsausdruck, also der diffuseste, man weiß wirklich nie, was es heißt. Ja, ja, ich mache halt ein Handzeichen so, aber keine Ahnung, was Morgan damit versteht. Was für ein Handzeichen machst du? Also wirklich nur, ich halte so die Hand hoch. Ja, Dexa hat keine Ahnung, was für ein Zeichen man einem Soldaten gibt. Okay. Beziehungsweise nein, also genau, ich mache das. Aber schleicht ihr jetzt weiter in den Raum rein, oder was macht ihr? Also, ich bleibe da stehen, ich bleibe neben Morgan stehen. Ja. Ich möchte auf jeden Fall schleichen. Ja, Boots of Elvenkind. Ich würde folgendes machen, wenn das alles, also das wären wahrscheinlich zwei Züge, aber ich würde gerne dann, also ich mache diese Bewegung, merke, dass ich nicht weiß, was ich tue. Ja. Cast a message an Morgan und sag, ähm, schieß mal noch nicht, aber äh, halte dich bereit. Also, okay, so, cover. Er nickt, ja. Und dann, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass diese Person sowieso weiß, dass wir hier sind und alle möglichen gegebenenfalls Sicherheitsvorkehrungen aktiviert sind, sag ich einfach nur laut, guten Abend. Wie ein Meinzelmännchen. Okay. Da kommst du rein, Sahir, guten Abend, Sahir, sag ich. Ähm, ja, diese Gestalt klappt das Buch zu und, ähm, ja, du siehst immer noch nichts von dem Gesicht, weil es so ein bisschen in Schatten getaucht ist und, äh, der, der guckt aber offensichtlich zu euch rüber und sagt so, Ach, die Helden, ihr seid da. Ihr habt länger gebraucht, als ich dachte. Ja, Entschuldigung, wir wurden aufgehalten. Hm. Hm. Von Dingen, die jetzt tot sind. Was kann man denn für euch tun? Ganz kurz, um es klarzustellen. Also, ich bin ein Held, Dexha muss sich, glaube ich, noch beweisen. Also, ich habe, glaube ich, Heldenstatus erreicht. Das sagst du jetzt, okay, gut. Das sage ich jetzt einfach, genau. Nicht, dass ich deine Arbeit nicht schätze, Dexha, aber ich glaube, diesen Helden, die Heldenmarke muss man sich erstmal verdienen. Also, das, der, ein Held fehlt hier, deswegen haben wir ein bisschen länger gebraucht. Ich weiß, welcher Held fehlt, ja. Hm. Ah. Der kleine Glipschige. Genau, der kleine Glipschige, wo kennen sie den kleinen Glipschigen? Okay, Dexha hört auch wirklich zu, während der Helgung mit ihm redet und macht die ganze Zeit, guckt mal zum Morgen so, hm. Ja, also, die, die Gestalt legt so den Kopf leicht zur Seite, so, als, 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 als würde sie denken, dass du nicht ganz dicht bist. Mhm. Das ist alles ein Ablenkungsmanöver. Ich werde, ich werde mit ihm, ihr müsst währenddessen irgendwas machen. Sagst du das nicht? Nein. 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 Also, ich höre mir das so einen Moment an. Also, ich, 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 wir müssen mal ganz kurz Tacheles sprechen. Ich habe gerade drei Potions-Tränke getrunken. Ich bin wieder voll HP. Nee, kein Metagaming, sondern sie sind in der Unterzahl, Sahir. Ja. Gut, wir haben gerade zwei... Der Elefant ist auch oft in der Unterzahl, aber er kann trotzdem viele Löwen töten. Sahir, stimmt. Wenn ihr uns so gut kennt, dann wisst ihr auch schon, dass er der dümmste von uns ist. Das ist mir wohl bekannt. Also, gebt vielleicht nicht so viel darauf. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir hier nur lebend rauskommen, wenn ihr uns das erlaubt. Oh, ich meine. Wir haben... Ich meine, ihr wisst, was wir mit einigen eurer Leute und eurer beschworenen Skorpione gemacht haben. Aber ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass das Beste, was wir tun können, ist, uns einfach zu unterhalten. Und wenn ihr mir die Ehre erweist, mir eine Frage zu beantworten, dann würde ich sagen, ihr wusstet, dass wir hierher kommen. Ihr wisst selbstverständlich, was mit unserem glipschigen Freund passiert ist. Ja. Warum? Warum das alles? Weil ihr meinen kleinen Bruder getötet habt. Ja. Das tut mir leid. Aber... Ihr wisst bestimmt auch, dass es eine Situation war, in der er oder ich gestorben wäre und ich habe mir das nicht ausgesucht. Er ist in unser Hotel gekommen und hat mich angegriffen. Was hätte ich denn machen sollen? Ihr habt gemacht, was ihr machen musstet. Ja. Und ich tue, was ich machen muss. Okay. Das finde ich schon mal gut, dass wir hier eine gemeinsame Basis haben. Oh, es ist nichts Persönliches. Es geht nur ums Prinzip. Ja. Das ist bei mir fast so ähnlich. Es ist ein bisschen persönlich, weil ich mich natürlich nicht drüber gefreut habe, dass euer Bruder versucht hat, mich zu töten. Und meine Freunde... Ähm... Aber... Hm. Oh, steht ihr eigentlich in der Tür? Kommt doch erstmal rein. Ja, gerne. Das ist sehr freundlich. Ich, also ich gucke die beiden an und sage auch... Ne, ne, genau. Ich gehe sofort zu ihm hin. Zu ihm hin? Also nicht zu ihm hin, aber ich gehe ein paar Meter auf ihn zu, so ungefähr zum Schreibtisch hin. Jetzt, wo du das getan hast, fällt dir auf, dass auf dem Weg zum Schreibtisch, auf der linken Seite in der Ecke, ist nochmal so ein komischer Zirkel auf dem Boden. Ja. Äh, der ist, ähm, allerdings schwarz. Mhm. Und, äh, deswegen hat man ihn nicht sofort gesehen, weil er auf dem schwarzen Boden kommt und ausfällt. Hier ist massenweise Zeug in dem Raum, was uns töten kann, natürlich. Und auf der rechten Seite ist ein Regal voller Lebensmittel. Und ein Besen lehnt dort. Also offensichtlich gibt sich jemand Mühe. Auf der rechten Seite, äh, in der Mitte ist auch nochmal eine große Truhe. Ähm. Und das ist auch schon ziemlich alles. Also der Raum ist ansonsten sehr spartanisch eingerichtet. Mhm. Ähm, und, ja, was ist jetzt? Also, Gumo steht immer noch draußen. Nee, ich folge Dexter, ich will ja nicht, dass er sie sofort ummurkst. Ja, okay, du folgst ihr. Äh, Morgan kommt auch zögerlich hinter euch her. Der geht die ganze Zeit wie so ein SWAT-Team läuft. Ja, ja. Mit dem, mit der Armbrust auf den Typen gerichtet. Okay. Wie ist denn, wie ist denn ihr Name? Oh, gute Frage, gute Frage, Gumo. Ist das relevant? Ich will ja mal wissen, äh, wen ich da, wen ich da ummurkst. Ihr wollt wissen, wer euch umbringt. Nee, wer euch umbringt. Mein Gott, sie haben mir den... Sag ich doch, wer euch umbringt. Nein, nein, wen ich umbringe. Wen ich umbringe, ja. Ich gehe davon aus, dass ihr der große Skorpion seid. So viel haben wir schon. Der große Skorpion ist mein Vater. Ich bin der größere Skorpion. Ach, der größere Skorpion. Okay. Ja, 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 ja. Fein, fein. Ähm, ja, größere Skorpion sei hier. Ganz ehrlich, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin von Natur aus neugierig und würde, würde euch einfach um die Gnade bitten, mir, bevor ihr uns sowieso umbringt, ein paar Fragen zu beantworten, damit ich nicht unwissend sterben muss. Ich gehe davon aus, dass Lady Darmignon euren Bruder beauftragt hat, uns umzubringen. Ist das richtig? Ähm, ja, ja. Hm. Hm. Und dann hat ja im Prinzip Lady Darmignon euren Bruder ins Verderben geschickt. Nein. Nein, unsere, unsere Arbeit ist immer von Tod geprägt. Hm. Der Tod ist wie ein Bruder für uns. Aber trotzdem seid ihr nachtragend, wenn, wenn euer Bruder, euer Bruder, Moment, wer ist euer Bruder, der Skorpion oder der Tod? Kann man nicht mehr als seinen Bruder haben. Es stimmt. Danke, ja. Ähm, okay. Also, ich finde nur tatsächlich, also, also irgendwie hat ja Lady Darmignon euren Bruder offensichtlich nicht gesagt, mit wem er es da zu tun hat, nachdem wir schon so viele ihre... Lady Dexaphyter. Ja. Eine Gilde, so wie meine, lebt davon, dass sie Angst und Schrecken in die Herzen ihrer Opfer und ihrer potenziellen Gegner bringt. Ja. Was glaubt ihr, wie hilfreich es für uns ist, wenn ihr einen von unseren bekannteren Meuchelmördern am helllichten Tag vor allen umbringt? Alles, was ich sage, ist, dass Lady Darmignon euren Bruder offensichtlich nicht aufgeklärt hat, wie gefährlich wir sind, denn sonst hätte sie ja vielleicht gleich euch geschickt. Ja, vielleicht. Vielleicht hattet ihr auch einfach nur Glück. Hm. Kann sein. Ich meine, einer von euch liegt jetzt im Sterben. Die anderen beiden sind sehr bald ihm nah. Okay, 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 die nächste Frage ist noch, ähm, da wir ja sowieso in Kürze sterben und ich, ich habe eine, ich habe so eine kleine Schwäche für Ironie des Schicksals und sowas und sagt mir einfach nur, wie nah sind wir dem Gegengift bekommen, bevor ihr uns umbringt. Oh, ähm, er steht auf und, ähm, geht, äh, wie gesagt, er triebt eine sehr weite Robe, sodass man seine Gestalt nicht wirklich erkennt, was er sehr kräftig zu sein scheint. Und er geht in aller Ruhe zu seinem Schreibtisch, macht eine Schublade auf, holt so eine Fiole auf, stellt die auf den Tisch und sagt, das ist das Gegenmittel. Dann eine letzte Frage, oder Gummo, wolltest du was sagen? Ich wollte ja für die Initiative würfeln. Ja. Eine, eine allerletzte Frage, die naheliegende Lösung ist, dass wir jetzt auf Leben und Tod kämpfen um dieses Gift. Das ist korrekt. Gibt es noch irgendeine andere Lösung aus eurer Sicht? Seid ihr offen dafür, irgendwie über Alternativen zu sprechen? Ihr könntet denn den Clan einheiraten, aber das wäre sehr kompliziert. Hm. Wenn wir jetzt heiraten? Ja, und das geht gegen meine Prinzipien. Ja, und ich, äh, ich fange an, genau. Aber du glaubst, das ist ja ein Witz gemacht. Ja, ja, nee, und ich sag zurück so, ja, und, hm, also politische Heirat geht gegen meine Prinzipien. Und ich fange an, einen offensiven Spell zu casten. Ja, während du das sagst, zieht er aus seiner Robe von hinten einen riesigen Krummsäbel raus, einen zweihändigen, äh, der, der da wirklich so unten rausziehen muss aus diesem Ding und hält den so, äh, fängt den an, so in so eine Kampfposition zu bringen. Und dann friert die Zeit ein und wir würfeln Initiative. Ja, sehr schön. Oh, ich freu mich. Und das ist eine starke 17. Heftig. Plus, äh, äh, 3 ist eine 20. So, und hey, immerhin eine 14 plus 1 ist eine 15. Es passiert etwas Besonderes, und zwar, ähm, ja, äh, der Assassine ist als Erster dran. Echt? Was? Aber, äh, eine Sache muss ich noch sagen, Gummo, ähm, ich glaube, auf deinem Charakterbogen muss es auch stehen, dass du Feral Instinct hast. Und normalerweise heißt das, dass du Advantage auf, äh, Initiative hast. Ja. Interessant. Ab Level 7. Ich hab, äh, genau, Feral Instinct, äh, richtig. Also, kannst du nochmal würfeln und gucken, ob du höher kommst als 20. Also, ich muss quasi eine 18. Du wirst besser als eine 18 Würfel, also eine 18 oder höher würfeln. Darf ich Inspiration nutzen? Äh, ja, aber wozu? Aber ja, kannst du machen. Weil ich so sehr losstürmen möchte. Ja, dann kannst du nochmal würfeln, ja. Dann kannst du... Aber 20! Oh, die fucking Maschine! Yes! Renn als erstes los. Kommt zwar nur 20 Fuß, aber, hey, nee. Ja, du kannst. Darf ich, äh, darf ich den Trank der Bullenstärke trinken? Ja, kannst du machen. Äh, was gibt denn dem hier genau nochmal Besonderes? Äh, du... Darf ich ihn einfach gegen die, gegen die Decke werfen? Darf ich dir einfach die besetzliche Stärke? Es erhüllt einfach deine Stärke, ich glaube auf... Jetzt gucken wir jetzt einfach mal nach. Nee, aber ich muss ja quasi die Stärke fühlen, oder? Ja, ja. Ich muss nochmal ganz kurz... Nicht Build Strength. What the fuck? Hilft die Stärke mir, ihn zu grappeln? Sie hilft dir auch, ihn zu grappeln, aber sie hilft dir auch, ihn einfach anzugreifen. Was ich empfehlen würde. Weil du machst ja dann mehr Schaden und so. Ja, ja. Und du triffst besser. Genau, ich würde... Äh, warum... Warum, D&D Beyond, kann ich sowas Einfaches jetzt nicht einfach so finden? Oh mein Gott, fühlt sich eine 20 immer gut an. Es ist echt... Egal welche 20, sie fühlt sich immer gut an. Es ist so ein Dopamin-Kick, es ist unglaublich, ey. Cotion of... Bull Strength. Oder? Ja, dachte ich eigentlich auch. Aber aus irgendeinem Grund gibt's die hier plötzlich nicht mehr. Oh, ich freu mich, ich freu mich, ich freu mich. Cotion of Strength, who the fuck? Der ist auf jeden Fall so ein bisschen... Der fühlt auch nichts. Der will einfach auch, glaube ich... Ich glaube, der ist so lange in dieser Welt. Der ist so lange im Untergrund. Das ist, ich glaube wirklich, der... Ich glaube nicht mehr, dass... Also anscheinend gibt's in 5e nur noch den Potion of Giant Strength. Giant Strength, ja. Dann ist es das wohl gewesen. Und das bedeutet, du hast eine Potion of Hill Giant Strength und hast eine Stärke von 21 dann. Was hast du jetzt für eine Stärke? Ich habe Stärke von 18, genau. Das heißt, du hast jetzt einfach bei allem nochmal plus 1, also Angriffe und Schaden. Ja. Zusätzlich zu dem, was du in der Saison hast. Und auch bei Grapple Checks und so weiter. Ah, okay. Also irgendwie klingt es ernüchternd, aber trotzdem gut. Also ich dachte... Naja, ist ja nur... Ich habe ganz kurz... Ich... 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 Also wirklich... Ich so... Ich dachte, ich bin jetzt Thanos, ehrlich gesagt. Also ich meine, du bist ja eh schon stark wie ein Bulle. So als Dumo. Okay. Ähm... Ich nehme... Also... Dann los. Ich... Ich sprinte auf ihn zu mit meinem Kerzenständer. Ja. Kommst du denn da hin mit 20 Fuß bewegen? Das ist die Frage. Ähm... Ich würde mal behaupten, du kommst da nicht wirklich hin, weil da nämlich noch ein Schreibtisch zwischen dir und ihm ist und du nicht gesagt hast, dass du sehr weit da reingehst in den Raum. Also wenn, dann wird es knapp. Ähm... Verstehe ich. Und ehrlich gesagt, eine Potion trinken... Laut Regeln ist... Full-Action-House geregelt haben, das glaube ich auch immer als Bonus-Action. Wir haben es als Movement-Action gehandelt eigentlich im Großen und Ganzen. Oder du konntest es in der... Es kam ja drauf, ob du die rauskramen musst oder nicht. Ähm... Aber du kannst von mir aus noch irgendeine Attacke machen, zum Beispiel irgendwas werfen. Und auf ihn zurennen. Ähm... Ähm... Ich meine, du kannst auch ragen und auf ihn zu dashen, dann stehst du halt da und bedrohst ihn und... Naja, aber ich stehe hier direkt vor ihm. Aber dann ist es ja kompletter Quatsch, einfach vor ihm zu stehen. Naja... Hashtag Tank Life, aber... You do you. Wie du willst? Na gut, dann... Geht alles, geht alles. Ja, ich will aber nicht, dass es so nah an ihn wie geht. Äh... Ja, okay. Ähm... Also du kommst auf ungefähr 10 Fuß an ihn ran, aber halt nicht nah genug, um ihn anzugreifen. Vor allem, weil der Schreibtisch da im Weg ist. Na gut, aber ich bin schon mal vor ihm. Ja. Ähm... Oh, das war ja sehr antiklimatisch. Aber es ist ja richtig. Du bist erschöpft, du kannst nicht mehr so, deine Beine machen nicht mehr so mit. Ja. Du bist da so am... Du rennst da hin, du bist zwar wütend, aber... Naja... Ähm... Das hab ich nie so aufgeschrieben. Das ist ein Plus-Eins-Abenteuer. Du hast... Nee, du hast den Namen von dem Typen, den ich mal aufgeschrieben habe. Das ist ein ehemaliger Charakter von mir gewesen, der extra für euch gestorben ist. Ich weiß es noch. Ich weiß nicht, wer mir hieß, aber ich weiß, dass er Plus-Eins aus seiner Axt hat. Okay, cool. Plus-Eins sieht, glaube ich, auf... Sattaco und... Dings, ja. Ja. Okay. Ja, dann wirft die doch einfach. Dann zück ich die so smooth und dann werbe ich die... Kannst du während du rennst rausziehen. Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie am Stats hatte. Jo, sowas kann man sich auch aufschreiben, wenn man so eine Waffe hat. Das ist ein Handball, das ist ein 1-D-6. Also erstmal... Erstmal musst du erstmal angreifen, genau. Das Ende. Okay, dann... Also ich springe auf ihn zu und wirfe meine Axt einfach komplett an ihm. Genau, und die wirft einfach komplett an ihm. Er weicht auch so ein bisschen aus, aber die fliegt direkt an ihm vorbei. Okay, dann ist er jetzt dran. Na toll. Und da Gummo jetzt gerade so schön auf der anderen Seite von diesem Schreibtisch steht, Ähm, was er jetzt macht, er hat noch eine Hand frei und mit der, ähm... Ich wollte Raja aktivieren, natürlich. Du hast ja schon gesagt, ich bin in Raja, genau. Ja, das ist okay. Ähm, äh, reißt er, äh, diesen Umhang mit Kapuze einfach von sich und wirft den weg. Und jetzt seht ihr ihn zum ersten Mal. Und es ist ein, ähm, Erdgynazi. Äh, das sind, ähm... Ja, die sehen aus wie Menschen, aber halt mit so einem erdfarbenen Hautton oft. In diesem Fall auch, er hat einen dunklen, ähm, braunen Hautton, ähm, er sieht sehr kräftig gebaut aus, ist vielleicht so irgendwo zwischen 1,80 und 1,90 groß, aber sehr kräftig. Ungefähr so groß wie du eigentlich dann, weil du bist auch nur in dem Bereich. Ja, aber 1,80 hattest du mal gesagt. Ähm, aber er ist sehr breit und sehr kräftig gebaut. Er trägt eine, äh, Rüstung, eine Splint-Mail. Das ist eine Rüstung, die gemischt ist aus, ähm, ja, so, äh, geschwärzten, ähm, äh, Metallplatten, aber auch, äh, Leder- und Kettenrüstung darunter. Das ist so eine Kombinationsrüstung. Ähm, er hat ein riesiges, krumm, riesigen Krummsäbel. Und was dir jetzt auch auffällt, ist, äh, hinter ihm, ähm, kommt plötzlich was hochgeschossen und du merkst, der Typ hat auch einen Skorpionsschwanz. Echt? Ähm, und, ja, echt. Krass. Und mit dem greift er dich jetzt an. Denn der hat etwas mehr Reichweite, wie du jetzt schon so direkt lernst auf die harte Tour. Wow. Und warum macht er mir hier den falschen Typen aus? Das, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ich dachte so, so ein, damit rechnen wahrscheinlich die meisten, die ihn angreifen. Korrektamente. Dating muss voll schwer sein für ihn. Ach ja, und übrigens, äh, als er dich, als er dich angreift, äh, siehst du auch so ein Lodern in seinen Augen und er, er schnaubt einmal fast wie so ein Bulle oder sowas, ähm, und greift, greift dann an und du hast das Gefühl, auch dieser Typ hat diese Rage in den Augen, die du auch schon oft genug bei Barbaren gesehen hast. Ähm, er trifft dich mit seinem Sting und, ähm, du kriegst... Er trifft nicht und ist so schnell, so präzise? Ja. Wow. Äh, ist das ein Zehner gewesen? Ja. Äh, du kriegst zehn Punkte Schaden durch zwei. Fünf. Und mach bitte mal einen Konstitutionswurf. Kommt schon lieber. Äh, Kummo. Eine 17. Okay. Macht mir nichts aus. Dann, ähm, hast du damit, äh, nix, äh, abbekommen. Ähm, er springt aber über den Schreibtisch rüber und greift dich mit seinem Krummsäbel an. Na gut. Ach. Äh, trifft aber nicht. Der riesige Krummsäbel pfeift auf dich zu. Du bist gerade, äh, noch getroffen worden von diesem Skorpionstachel in die Schulter. War kein, war nicht so viel Schaden, aber du hast gemerkt, dass das schon wieder, das, äh, ist auch so Gift runtergetroppt. Ich darf dir, kann ich den Kurs, ist, äh, zu redig. Du kannst gar nix. Nicht, kann ich den nicht greifen und dann einfach. Nein, nein, du bist kein Superheld und du wirst jetzt einfach richtig auf die Fresse bekommen, weil ich diesen Charakter nur gebaut hab, um dir richtig einen reinzugeben. Na toll. Komm und grapple mich, komm. Nein, nein, nein. Probier's aus. Jetzt werde ich's ja nicht machen. Jetzt werde ich's ja nicht machen. Ähm, ja, nee, die zweite Attacke geht daneben, du blockst die ab mit deinem Dreizack und, ähm. Ich hab mir, ich hab mir als Regel gesagt, nichts giftiges grappeln. Das ist nicht dumm, ja. Ja, alles andere, glaub ich, ist gut, aber giftige Sachen, weil der hat überall irgendwo Piekser und so. Wenn er schon so einen Stachel so hat, was ist das, glaubst du? Wenn er schon so anfängt. Ähm, okay, aber dann, ja, dann war's das schon, dann ist der Nächste dran und das ist in diesem Fall, äh, Morgan. Und Morgan, ja, der sieht das, der schießt natürlich direkt auf ihn, was soll er anderes tun? Und ballert das aber, äh, ballert das aber daneben. Der Bolzen geht daneben, weil ihr seid so mehr, so im Kampf jetzt drin, dass er Angst hat, dich zu treffen. Also, er ist ja zu vorsichtig und schießt daneben. Aber, äh, er lebt wieder seine Arme aus. Dexar. Ja, gut, dafür hab ich mir den, äh, Level 4 Slot aufgehoben. Jetzt kommt nochmal Oberkink. Kinky Dinky? Kinky Dinky Plus. Kinky Dinky Plus. Kinky Dinky Plus kommt zurück, sieht wieder komplett frisch aus. Man merkt gar nicht, dass er jemals irgendwas abgekriegt hat. Er ist natürlich trotzdem super wütend. Er ist super wütend, weil du ihn verraten hast. Deswegen ist er die ganze Zeit fuming. Ja, ja. Ja, der ist sowieso die ganze Zeit fuming. Der mogelt hundertprozentig irgendwas über dich, wenn er da ankommt. Das kann sein, ist mir egal. Ja. Auf jeden Fall, genau, ist er jetzt auch nochmal eben ein bisschen buffer als sonst. Ja. Teleportiert sich, ähm, darf jetzt zwei Angriffe machen. Den ersten, dank seiner Teleportation durch Mid-Advantage. Mhm. Und das ist eine 19 insgesamt. Insgesamt eine 19. Ja, was da passiert, sehr interessant, weil er sticht nach ihm. Er kommt hinter ihm raus, ne, und er sticht nach ihm. Ähm, und, Manu, wo ist der, der acht jetzt, da, so. Ja, ähm, er sticht nach ihm, aber, weil er ihn von hinten angreift, ist der Schwanz, der Skorpionsschwanz im Weg und, ähm, schlägt die Klinge zur Seite in dem Moment, wo er versucht, ihn zu treffen. Und der Schlag geht ins Leben. Boah, was für ein, was für ein Arschloch. Okay. Ähm, Kingk hat, äh, noch einen, erst quasi von, zweiten Angriff ohne Advantage und dafür gebe ich ihm meinen Portant, meinen letzten Portantwurf. Ja. Das heißt, das ist, ne, auch wieder, ich sehe das und denke hier. Hast du nicht den hohen Portantwurf schon verwendet? Nee, ich habe den, äh, den niedrigeren. Ich habe eine 1116. Okay. Ähm, genau. Ähm, ne, ich, ich sehe das und ich konzentriere mich kurz auf meine Vorhersagen und denke, okay, das darf nicht nochmal passieren. Äh, genau, gegen die 16, er hat eine, also er greift nochmal an mit einer 22, äh, nee, doch, 22 insgesamt. Die trifft. Okay, und dann sind das alles in allem, ich mache Stich und Force Damage zusammen, wenn man so bitte ist. Ja, genau. Dann haben wir, ne, insgesamt, äh, 13. Nee, sag mir mal, was der Stich ist. Achso, äh, dann müsste ich separat würfeln, weil das habe ich nicht, äh, dann kann, dann ist das nicht passiert. Ja, du kannst dich einfach entscheiden, einen von den beiden Würfeln zu nehmen, jetzt auch nachträglich noch okay. Okay, dann waren's, äh, dann waren's, äh, insgesamt, ähm, was hat ich eine 5 und eine 1. Ja, 12 Punkte, äh, Stichschaden und ein Punkt Force Schaden. 12 Punkte Stichschaden? Ja. Okay. Und ein Force Damage. All right. Lieber Gamers, da? Ja. Äh, wie, wie sieht der, also macht der Stichschaden etwas, sieht man, sieht man, sieht man... Ja, ja. Er hat eine Wunde, aber, ähm, deutlich weniger, ähm, drastisch, als man gehofft hätte, sagen wir's mal so. Verstehen, verstehe. Fast ein bisschen so, als würde sich die Wunde... Ne, die schließt sich nicht wieder, aber er ist sehr dickhäutig. Also es kommt nicht sehr, trifft zwar seine offene Haut, die man sehen kann, aber es kommt nicht so viel durch. Okay. Äh, dafür, dass da sehr viel Kraft auch drin war, ne? Aber der Force Damage geht anscheinend auch mit durch, ähm, genau. Äh, Dexler, willst du noch was machen? Äh, will ich noch was machen? Äh, er ist jetzt über den Schreibtisch gesprungen, ne? Ähm. Ja. Dann würde ich mich auf die andere Seite vom Schreibtisch bewegen und da in Deckung gehen. Äh, aber... Okay. Er ist eh so wendig, aber nur aus Prinzip. Ja. Äh, sonst... Würde ich... Nur eine Frage bei dem Stichschaden. Ist es da wichtig, ob die Attacke magisch war? Weil ich glaube, alle von Kings Attacken sind magisch, weil es ist ja mein... Okay, gut. Cool, ne, dann war's das. Sehr schön, aber gut gemacht. Äh, Gummus dran. Ähm, und zwar... Hab ich... Aber jetzt bin ich auch echt... Hab ich ja schon mal gegen so, äh, harthäutige Sachen gekämpft. Ich hab ja schon mal gegen den Gargoyle gekämpft. Ja. Und er erinnert mich so ein bisschen, irgendwie war er so erdig. Gargoyle waren auch so, so... Irgendwie... Ja. So eine Art Gestein. Ja, aber er ist kein Monster, ne? Er ist kein Monster, auf jeden Fall. Also... Also, naja, wie man's sieht. Aber... Ja, er ist wie man's sieht. Äh, deswegen überlege ich, ob mein Hammer mehr Damage machen würde. Mhm. Deswegen würde ich gerne diesen Zug mit meinem Hammer angreifen. Ähm, also, dir muss schon klar sein, ne? Du hast diese Sachen nicht... Das ist kein Computerspiel. Du kannst nicht einfach ein Menü aufmachen und irgendwas nehmen. Sondern diese Dinge sind verpackt. Also, du hast jetzt auch überhaupt in dem ganzen Auflauf dahin also überhaupt nicht gesagt, ich nehme diesen Hammer mit. Oder ich kümmere mich darum, dass dieser Hammer griffbereit ist. Ja. Also, das wäre einfach zu viel. Ich verstehe. Wie viele Waffen... Du hast einen Blutsperr genommen? Die hast du genommen. Stimmt, du hast recht. Und bevor wir auf den Markt gegangen sind, hast du gesagt, was nimmt die mit? Und du hast gesagt, du hast den Blutsperr und den Dreizack. Und diese beiden Sachen hast du auf jeden Fall dabei. Und kleine Waffen und so, ja klar, aber jetzt so einen riesigen Hammer noch mit sich rumschleppen. Okay. Ne, dann natürlich, ähm, ja, da hab ich ein bisschen zu viel des Guten gewollt. Deswegen bleib ich natürlich bei meinem Kerzenschner, ich heb ihn wieder auf. Ja. Ich hab ihn weggeworfen, wieder aufgehoben. Nein, hast du nicht. Nein, aber das ist ein Joke. Ne, und möchte natürlich auf ihn losgehen. Okay, nur zu. Dann frenzy ich natürlich auch. Ja. Dann aber auch Reckless, also wenn dann richtig. Naja, aber... Ja, dann red ich mir da nicht rein. Ja, ich wollte Reckless machen, aber ich weiß ja nicht, wie... Also, mein Reckless-Move ist immer, wenn ich den Game Master sagen höre, er ist angeschlagen. Aber er ist ja noch gar nicht angeschlagen. Mach, mach wie du möchtest einfach. Ja. Ne, dann mach ich Reckless. Okay, das... So. Wir rufen mal mit zwei. Das erste ist eine 10 plus... Ja, 8 ist eine 18. Hast du schon die plus 1 von dem Trank? Ne, hab ich noch nicht. Plus 1, 19. Ja, das trifft. Sehr schön. 12 plus 8 ist eine... Plus 9 ist eine 21. Okay, das trifft auch. Und eine 16. Plus 8 trifft natürlich auch. Ja, okay. Dann kannst du gerne Schaden würfeln dafür. Ich kann jetzt... Okay, komm schon. Ne, und auf den Schaden hast du auch immer plus 1 zusätzlich. 3 plus... Genau. Und... Und... Ah Mann, leider nicht so gut. 3 plus 8, immer noch 11. Okay. Also. Okay. Du stichst dreimal nach ihm. Er versucht die Sachen zu blockieren, so gut er kann, aber es... Also du stichst öfter nach ihm. Ja. Er blockiert aber und 3 Stiche kommen durch. Und die treffen ihn auch gut. Mhm. Aber du merkst auch da, okay, der ist wirklich dickhäutig. Der steckt einiges ein. Ja. Äh, der ist auch wirklich sehr, sehr kräftig und kompakt. Also da ist dann auch... Es ist fast so, als wäre seine Muskulatur härter als bei anderen Leuten. Mhm. Ähm, und du machst schon Wunden und die bluten auch, aber... Und die gehen auch nicht zu oder so, aber... Ähm, er ist immer noch relativ gut bei Dingen. Mhm. Muss man dazu sagen. Alles klar. So. Jetzt ist er aber dran. Und, äh, er attackiert dich und jetzt bist du ja, weil du reckless bist, hast du deine Verteidigung weit offen gelassen. Voll. Und das nutzt er jetzt natürlich knallhart aus. Ähm, dein AC war 18, ne? Genau. Ja, gut. Äh, der trifft auf jeden Fall schon mal mit dem Schwert. Ich würde auch mal, ob ich mit dem... Mit dem Skimitar? Mit dem Doppelskimitar? Ja, das ist ein großer Krummsäbel. Geil, genau. Ähm, und mit dem... Tail trifft er nicht. Okay. So, dann haben wir hier... Okay, gut, dass er sich mit seinem... Oh, Alter, warum würfel ich so scheiße? Das macht keinen Spaß. Ähm, du kriegst, äh, 10 Punkte Schaden. Mhm. Kannst du allerdings durch zwei teilen. Sehr gerne. Jetzt bin ich bei 44. Das war wahrscheinlich der, der Schwert, genau. Das war das Schwert, genau. Also der zieht dir einmal den Krummsäbel über, als du, äh, in deiner Verdeckung... Also du triffst ihn dreimal, ne? Und dann, äh, benutzt er aber sozusagen deine, äh, ja, sehr offensive Art gegen dich und zieht dir einmal diesen, äh, den Krummsäbel über die Hüfte rüber und trifft dich da auch ziemlich. Er geht ein bisschen durch die Rüstung durch. Ähm, Morgin ist dran. Ähm, Morgin... Ja, ich, ja, mach den jetzt, mach nochmal ne, äh, Magic Missile auf, äh, Level 2. Ähm, das heißt, wie viel sind es denn, vier, äh... Ich brauch die vier für Magic Missile. Schade, also, der kommt durch und... Wahrscheinlich. Äh, du siehst auf jeden Fall die Magic Missile in ihn einschlagen und er, ähm, er macht auch so ein knurriges Geräusch, als das passiert. Ähm, und es scheint ihm definitiv weh zu tun. Also das scheint definitiv auch, du siehst auch natürlich die Verwundungen in der Haut und so weiter, es schlägt halt überall ein. Ähm, aber er steht noch und er ist, äh, ist noch voll im Saft in gewisser Hinsicht. Äh, aber es hat ihm offensichtlich wehgetan. Okay. Äh, jo, und dann ist Kink nach mir dran. Okay. Und der macht natürlich wieder das Gleiche, greift einmal mit Advantage an, damit er seinen dummen Schwanz-Move wieder machen kann. Und es ist ne fucking Natural 20 und den kann der jetzt canceln mit seinem Scheiß-Schwanz, oder? Äh, wo kommt der denn dann raus? Äh, wie? Wo kommt der denn dann raus? Was ist sein Endergebnis? Äh, achso, äh, Endergebnis ist ne 26. Mhm. Ähm, ne, das geht durch. Oh, wow. Krass. Na dann kriegt er erstmal, ähm, das sind, sechs, ich kann auch nicht mehr rechnen, 13 Punkte, äh, Stichschaden. Okay. Plus fünf Punkte Force Damage. Das ist sehr gut. Und dann greift Kink noch mal an, ohne Advantage den zweiten. Oh, shit, ja. Scheiße. Und das ist ne 18 insgesamt? Äh, das trifft nicht. Okay. Aber trotzdem, das war schon echt gut. Jetzt muss er langsam pecheln. Ja, aber fuck, seine AC ist 19 oder höher. Scheiße, seine AC 20. Ja, das hat auf jeden Fall, äh, äh, hat ihm, äh, ja, auf jeden Fall richtig Schaden gemacht, kann man nicht anders sagen. Äh, auch da ist natürlich ein bisschen so, dass der Stichschaden nicht ganz so durchzugehen scheint, wie der Force Damage. Aber, ähm, äh, ja, das hat auf jeden Fall richtig viel Schaden gemacht. Ähm, Gummo ist dran, äh, ich bin zu weit gegangen, egal, ja, Gummo ist dran. Ähm, ich möchte gerne Reckless bleiben. Ja. Ähm, ich möchte nochmal alles in die Hand nehmen. Jetzt habe ich schon so ein bisschen Gefühl dafür, jetzt habe ich schon ein bisschen gesehen, was er so kann. Man kriegt ja auch so ein Gefühl für so einen Gegner. Und, äh, jetzt möchte ich nochmal aufs Ganze gehen und, äh, und, äh, ja, genau. Der erste ist eine 16. 16 plus 8, genau, ist eine 24. Tatsächlich, beim Treffen ist es jetzt plus 9, ne? Plus 9, genau, genau, genau. Ähm, ja, also 25. Ja, das trifft. Eine 15 wird, äh, plus... Oh mein Gott, Alter, warum würfelt die denn jetzt so gut? Wir würfeln richtig, richtig gut, ja. Und nochmal eine 13, das wird auch, äh, ich fühle das, ich kenne das, wie das ist. Scheiß, was den fiesesten Boss aller Zeiten gebaut und dann wollen die Würfel nicht. Und jetzt, äh, würfle ich mal den Damage aus. Eine 3, ich werfe nur 3 Leute bei Damage. Also 3 plus, äh, plus 8 in dem Fall. Ja, durch, ja, okay. Ja, äh, genau, durch 2. 3 plus 8 ist ein 11. Äh, 8, yes, endlich! 8 plus 8 ist eine 16. Und der dritte Wurf ist eine 2, also 10. Ja, wow, okay, ja. Ähm, ja, also ihr hackt da auf den einen, äh, du, er wird von Magic Missiles beschossen, er wird irgendwie von Gummo, äh, 1000 Attacken übersät, die völlig, äh, reckless auf ihn hält. Ich seh jetzt nur noch rot, also ich seh wirklich nur noch... Ähm, ja. Und, äh, aber jetzt ist er dran. Und, äh, ja, er weicht tatsächlich so ein bisschen zurück. Und ihr seht, dass er aus vielen Wunden blutet und so weiter. Aber er guckt euch einfach nur mit, äh, ja, mit, mit diesem, wie soll man das sagen, mit diesem fast gleichgültigen Blick an. Von jemandem, der nicht, der, der schon durch tausend Kämpfe gegangen ist und ein erfahrener Kämpfer ist und so weiter. Jetzt beschwert er noch was. Sorry. Und dann, ähm, fasst er sich vorne an der Rüstung, das habt ihr vorher gar nicht so gesehen, äh, ist so ein schwarzer Stein eingelassen. Und er fasst an diesen schwarzen Stein und ihr seht gar nichts mehr. Ah, scheiße. Es ist zappenduster in diesem Raum, also wirklich, es ist nicht eine normale Dunkelheit, es ist eine magische Dunkelheit und man sieht nichts. Also wirklich gar nichts. Und dann hört ihr ihn nur so leise, fast, fast wie so ein, ich weiß nicht, ob es so ein Husten ist oder ein Lachen. Das ist ein bisschen verstörend, das ist einfach so ein... Ich sage Gesundheit. Das war, das war spannend. Das war sehr spannend. Aber jetzt bin ich dran. Wow. Wenn der Hund jetzt auch noch in magischer Dunkelheit sehen kann, dann bin ich echt ziemlich gefickt. Was können wir, das können wir nutzen. Denkst du, lenkt nach. Ja, äh... Das können wir gar nichts benutzen, wir können einfach noch weiter kämpfen, bis er oder wir... Seht jetzt praktisch blind, ne? Ja. Ähm... Das heißt, wir machen jetzt halt alles mit Disadvantage. Und er, und ja, wenn man sehen kann, dann, ne, wie auch immer man das tut, dann hat man dieses Problem nicht. Ähm, aber... Ähm... Machen wir einfach mal. Äh... Ist bei dir egal, weil du Reckless warst, also es wäre so oder so mit Advantage gewesen, die Attacke trifft. Mhm. Und macht neun Punkte Schaden. Okay. Also nicht so schlimm. Ähm... Kann ich das halbieren? Ja. Das kannst du halbieren. Und... Du hast dich hinter den, ähm... Schreibtisch gestellt, ne? Ja, geduckt. So. Also mal... Ich weiß nicht, ob das als Cover zählt schon. Ist das Cover? Gibt es so halb... Halb-Cover? Ja, es gibt halb-Cover. Ja. Äh... Cover. Half-Cover plus zweiter AC. Aber ich glaube, wenn der so groß ist, das kann auch sein. Nö, der ist menschengroß, also ist jetzt nicht large oder so. Aber, äh... Ähm... Du kriegst... Ebenfalls... Oh, du kriegst 13 Punkte Schaden. Ja. Und machst bitte mal einen Konstitutionswurf. Ach, muss das sein? Und auch einen Konzentrationswurf. Ja. Äh... Äh... Komm schon, Kink. Komm schon, Kink. Lass mich hier rein. Äh... 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 Das sieht nicht gut aus. Kink löst sich auf. Scheiße. Okay. Äh... Und... Dann der... Das ist bitter. ...Kunstwurf gegen das Gift. Oder was auch immer. Wenigstens ist das? Das ist eine 16. Gut. Das hast du geschafft. Äh... Ich schreie auch echt so. Äh... Äh... Oh, scheiße. The Kink is gone. Also, ich merke ja einfach, dass ich die... Du bist einfach nur gestochen. Aber du bist aus der Dunkelheit hörst ein... Ich merke ja, dass ich die Konzentration verloren habe auf den Spell. Ich merke wirklich nur so ein... Es ist nicht mal ein Schmerzensschrei. Es ist so... Äh... 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 Ähm... Ja, aus der Dunkelheit hört ihr irgendwie nur Morgan sagen... Wo... Wo... Wo seid ihr? Ich... Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Wo seid ihr? Hm... Ich... 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 Hm... Schwer. Ich weiß es nicht. Schwer. Nicht schießen, Morgan. Nicht schießen, sonst triffst du einen von uns. Okay. Ähm... Dexa ist dran. Äh... Äh... Ja, gefickt. Für Magic Missile muss ich ihn sehen. Hast du einen Area Damage Spell? Ich hab einen Area Damage Spell. Wenn du den abkriegen möchtest, kann ich das gerne machen. Ja, dann krieg ich den ab. Wie... Also... Naja, aber da können wir gerade nicht drüber diskutieren. Und da Dexa das nicht will, ähm... Schießt sie einfach grob in die Richtung, aus der der Angriff kam. Firebolt. Also mit Disadvantage. Ja. Ähm... Ähm... Äh... Naja, das ist ne... Naja, 15. Das wird ihn nicht treffen. Ne, das trifft nicht. Aber, ähm... Schöner Versuch auf jeden Fall. Ja, nachdem das nicht geklappt hat, mach ich vielleicht wirklich der nächste Runde Area Damage. Okay, dann ist als nächstes Kummo dran. Äh... Blutet er? Das kannst du nicht sehen. Bro, du bist blind. Äh... Ja, aber ich kann ja Dinge auf dem Boden fühlen. Also du möchtest dich hinknien und deinen Händen tasten, ob du dort Blut findest, obwohl du selber schon schwer verwundet wurdest und deswegen Blut ist. Du hast recht. Ja, ich versuche ein bisschen out of the box zu denken. Mein Gott. Komm mal zurück in die Box. Ich glaub's besser. Ja. Ja, dann versuche ich natürlich auch mit Disadvantage dahin zu stechen, wo er war natürlich. Also was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Du könntest natürlich... Ich denke mir, das ist halt immer so, er kann sich ja wegbewegt haben. Ist ja mehr als nur ein Disadvantage. Also, das ist ja auch irgendwo ein... Möglich ist es, aber du weißt es nicht. Du kannst halt mit Disadvantage angreifen. Aber ich hab doch meinen Blutsperr. Ich kann doch wie so Blinde. Kann ich doch erstmal so machen. Gucken, wo der ist. Du kannst auch nur der Vollständigkeit halber, ne? Das weißt du, du kannst mit Reckless den Disadvantage auch ausgleichen. Genau. Echt? Ja. Weil Advantage und Disadvantage schäbt sich auf. Okay. Ja, dann bleib ich bei Reckless. Never change a winning system. Okay. Äh, Reckless auf ihn. Ab geht's. Okay. Okay, jetzt muss ich aber wirklich eine 20 würfeln. Ne, ne, was machst du da? Was meinst du? Es gibt nur noch einen Würfel jetzt. Ach so, stimmt. Jetzt normal, sorry. Trotzdem muss ich eine 20 würfeln. Du musst immer eine 20 würfeln. Oh, fast. Ne 18. Plus, was ist das? Äh, plus 9. Plus 8. Ne. Mit dem Trank plus 9. Plus 9, okay. Äh, also ne... 27. 27, genau. Ähm. Ja, du stichst nach ihm und triffst auch tatsächlich. Wow, krass. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Ne, das hat ihn überrascht. Darf ich noch einen Würfel? Würfel erstmal Schaden. Äh, Schaden, gerne. Oh, das kann nicht sein. Das ist eine 1 plus immerhin 9. Plus 8, 9. Plus 9, ja. Also, gar nicht so schlecht. Also ist eine 9. Äh, plus 8, Jonas. Genau, ja, ja, nee. Wir haben es beide richtig gerechnet. Keine Angst. So. Okay. So. Und jetzt. Gu, 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 Gu. Zweiter Wurf. Ja. Gu, 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 Gu. 16. Ja. Nee, doch. 16. 16, 16 plus 9. 25. Ja. Mhm. Trifft. Wow, Alter. Ich wirfe mal den Schaden aus. Na. Oh. Das ist wie eine 1. Das kann nicht sein. Trotzdem, Alter, 10 Punkte Schaden, die er wahrscheinlich auf 5 reduziert, aber scheiß drauf. Schaden ist Schaden. Das demotiviert einen richtig doll. Also. Ja, ich, I know. Ja, 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 komm, Jonas hat vorhin auch, genau, als DM ist es auch richtig. Okay, nochmal eine 24 insgesamt. Nee, eine plus 15 plus 9. Ja, stimmt. Ja. Ich bin dein Taschenrechner. Danke. Okay. Trifft. Ja. Ja, okay. Komm, komm, komm. Ja, ich gehe einfach von der 1 aus. Naja, okay, 4. Ja. Plus 9. Äh, 8. Äh, 12. Ja. Nicht schlecht. Also, trotz der, der wiederen Umstände. Ähm, ja, du triffst ihn. Du, äh, du wirbelst um dich herum, du stichst dahin, wo du glaubst, wo er ist. Und tatsächlich erwischst du ihn damit. Äh, überraschenderweise. Und jetzt ist aber er dran. Aber ich muss sagen, das sind so keine Kontrollierten. Nein, gar nicht. Das sind deswegen vielleicht die 1, weil... Du stichst 100 Mal in irgendeine Richtung und versuchst ihn irgendwie zu treffen. Macht ja Sinn, dass es vielleicht dann auch eine 1 ist. Äh, es macht insofern Sinn, dass du ihn beim ersten Mal vielleicht zufällig getroffen hast und danach ein sehr viel besseres Bild darüber hattest, wo du hinstechen musst. Das macht schon Sinn. Äh, gut. Aber er hat jetzt Advantage. Und... Du hast eine 18, ne? Genau. Richtig. Ähm, wow, holy fuck. Jetzt wirfel ich beschissen. Äh, ja, nee, trifft nicht. Er hat auch einen schlechten Tag. Manchmal hat man einfach einen schlechten Tag. Oh, das darf nicht. Der trifft, okay. Nein, der Stachel trifft. Der Stachel trifft. Nein. Und, äh, vielleicht habe ich ja dieses Mal Glück und er funktioniert auch mal. Okay. Äh, du kriegst, äh, 8 Punkte Schaden, die du durch zwei teilen kannst und du machst bitte einen, äh, Konstitutionswurf. Okay. Das heißt, erstmal bin ich bei 36 und jetzt wirfe ich noch einen schnellen Konsti hinterher und das ist eine starke 2. Oh, nein. Plus mein Safe, äh, vier, also sind sechs insgesamt. Okay, den hast du nicht bestanden. Echt nicht? Ähm, du bist paralysiert. Wie? Du hast den Stich abbekommen und du fühlst sofort wie Eis durch deine Venen rinnt praktisch und, äh, du merkst, du kannst dich immer schwerer bewegen und dann plötzlich kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Du bleibst einfach stehen. Wow. Das ist krass. I have ice in my veins. Ja. Ja. Wirklich. Das ist wirklich krass. Also ich fahre wirklich so, ich bin wirklich gelähmt. Du bist gelähmt. Ich kann auch nicht in so eine Verteidigungsstellung einnehmen oder so. Du bist jetzt gerade gelähmt, tatsächlich. Okay, ja, dann bitte entlähmen. Ja, das kannst du in der nächsten Runde probieren. Ich kann das nicht. Das ist noch nicht mal magische Lähmung. Ich könnte das noch nicht mal, wenn ich es sehen würde. Äh, Morgan ist dran und Morgan schießt jetzt einfach auch mit Disadvantage. Who cares? Da muss man jetzt auch irgendein Kleriker sein oder so. Oh. Okay. Ja. Morgan. Morgan in the house. Okay. Ähm. Fuck. Was ist denn mit dem? Was ist los? Warum schießt der denn plötzlich so gut? Oh, das ist auch ein Heavy Crossbow. Jetzt habe ich den falschen Würfel genommen. Mal gucken, ob der besser ist als der, den ich gerade hatte. Nee. Okay. Ähm. Joa. Morgan schießt einfach mal für neun Punkte in ihn rein. Das ist sehr gut. Er wischt ihn einfach. Wahrscheinlich, weil er, ja, Geräusch gemacht hat oder sowas. Und Morgan trifft ihn einfach in kompletter Dunkelheit. Wow. Hat er nur an dem Ohren. Aber ich meine, er ist ein Zwerg. Zwerge sind dran gewöhnt, in der Dunkelheit zu kämpfen. Aber er weiß ja nicht, dass er ihn getroffen hat. Er hört, oder? Naja, doch. Er hört so ein Ah. Ja, aber ich meine, als Zwerg normalerweise sieht er im Dunkeln und jetzt nicht. Das stimmt, aber die sind schon, die haben auch mit Dunkelelfen zu tun. Die kennen, die kennen diese Tricks schon. So ist es nicht. Dexar ist dran. Ja, äh, ich scheiße jetzt auch drauf. Ich kaste nochmal Burning Hands, äh, in seine Richtung. Ähm. Ich würde sagen, du hast eine relativ gute Chance zu wissen, wo Gummo steht, weil er sich nicht bewegt hat. Ähm. Aber trotzdem, äh, würde ich sagen, ähm, ich nehme mal einen W10 und auf einer 1 oder einer 2 triffst du ihn. Mhm. Du triffst Gummo mit. Schade, dann, äh, ja, und weil du gelernt bist, verlierst du auch den Dex-Safe sofort. Den Schaden kriegt er jetzt einfach. Aber, wenn du jetzt krittest, äh, äh, kritten kann ich nicht. Ich kann halt nur, ich hoffe halt trotzdem, dass ich hohen Schaden würfel, weil den, der, äh, der, der Sausack, der jetzt bitte auch nochmal einen Dex-Safe gegen 14 macht. Ja. Ähm. Can do, will do. Das ist ja krass, weil, ja, naja. Wir gucken einfach ab. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Okay, ja, es ist ein mittelmäßiger Schaden, aber, äh. Echt, findest du? Ja, es ist okay, es ist, äh. Wie viel ist es denn? Es ist eine 5, es sind 15 insgesamt. Was war der Safe? Äh, 14. Okay. Also, halbiert werden's dann 7. Ja, und Gummo, ich bedauere sehr, aber du kriegst 15 Punkte. Wow. Schaden, die du auch nicht halbieren darfst. Das ist einfach von ihm verbrannt. Aus Versehen. Friendly fire. Im wahrsten Sinne des Wortes hast du ihn gefriendly firet. Aber hast du ihn wenigstens getroffen? Ja. Ja, natürlich, ich hab ihn getroffen. Ich mein, da es dunkle ist, wissen wir nicht so richtig. Ja, ihr hört ihn halt auch wieder so, äh, man. Aber ihr wisst halt nicht, es ist halt wirklich komplette magische Dunkelheit. Ich bin bei 21 HP, möchte ich nochmal kurz ansprechen. Das für den Tank nicht so gut. Ich hab, ja, egal. Äh, ja, ich glaub schon, dass ich dadurch, ich mein, auch das, auch das Feuer erhält natürlich nicht wirklich die magische Dunkelheit. Aber ich glaub schon, dass ich irgendwie anhand davon, wie sich das Feuer bewegt, merke, dass ich Gumo getroffen hab und schrei auch nur so, scheiße, scheiße, sorry, scheiße. Tut gar nix leid. Ähm, warum hast du überhaupt zugegeben, dass du das warst? Was? Wird ja auch er sein können, der Gegner. Ich hätt's einfach für mich behalten. Aber meine Augen funktionieren ja noch, ich seh ja quasi, was passiert. Du siehst... Was siehst du? Ach, nichts, nichts, genau. There we go. Du siehst einfach nur, dass irgendwoher Feuer kommt. Du wirst einfach verbrannt. Du siehst nicht mal das Feuer. Du wirst einfach nur verbrannt. Du hörst, du hörst das Feuer. Ich müsste heute im Wünfer aufstehen. Es ist so leid. Äh, Gumo, du bist dran. Äh, ich möchte einen Dexterity-Woof machen, ob ich aus dem Gift rauskomme. Konstitution, ja. Äh, Konstitution. Ich frag nur sicherheitshalber, der muss nicht irgendwie Konzentration checken oder so für seine Dunkelheit. Das ist ein Item, oder? Äh, das ist ein Item, aber, ja, ich bin jetzt schon kurz davor zu sagen, es wäre vielleicht netter für euch, wenn es... Nee, ich mein wirklich nur, weil ich weiß, dass ich das als DM manchmal vergesse, deswegen... Nur, wenn er das... Nee, er hat ja den Stein berührt. Er ist kein Caster. Ja. Eine 12 plus, mein Konstitution ist eine 16. Dann, äh, kannst du dich wieder bewegen. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ich bei so die Fäuste. Eigentlich macht man das am Ende, hatten wir gesagt, ne? Das steht doch bei deiner Kreatur. Aber meistens ist es am Ende, weil sonst wär's ein bisschen wack. Dann wär's ein bisschen sinnlos. Aber dann bin ich jetzt wieder bei mir, zu mir. Ich mein, ich hätte ja eh nichts machen können, wenn ich parallel... Genau, du kannst diese Runde nichts machen, aber du bist ab jetzt wieder beweglich. Ja, nehm ich. Nur was ich befürchte, äh, und ich kann nicht anders, wie gesagt, ich werd sonst aus der Rules-Lawyer-Kammer ausgeschlossen. Ich befürchte, wenn du kurz incapacitated warst, ist deine Rage zu Ende, oder? Ähm, ich finde, das entscheidet der Game Master, und das sag ich jetzt auch mal für die ganzen, äh, Rule-Junkies, shut the fuck up. Okay, danke. Okay, aber das geklärt ist cool. Ich seh das, ich seh das, ich hab keine Einwände. Ähm, nee, also ich finde, äh, nur weil man paralysiert wird, vor allem während er noch Schaden kassiert die ganze Zeit. Das ist schon richtig, ja, total. Also eine Grundbedingung für die Rage ist immer, entweder du teilst Schaden aus, oder du kriegst Schaden. Das ist relevant für dich, damit du in deiner Wut drin bleibst. Wenn dich jemand festhält und dich zusammenboxt, dann wirst du nicht weniger wütend davon. Du kannst dich halt nur nicht bewegen. Ähm, und ich glaube, jeder kennt das aus Kindheitstagen auch, wenn man irgendwie festgehalten wird und wütend ist, so, das ändert nichts daran. Egal, wie stark. Ich glaube, ich alle kennen das aus Kindheitstagen. Okay, aber er ist jetzt dran und er greift dich an. Äh, er trifft dich auch. Das ist nicht gut. Mit seinem Schwert. Zehn Punkte Schaden durch zwei dann wieder. Okay, aber ich bin bei 16. Ja, das ist so. Jonas ist so enttäuscht, so, oh, unser Tank ist so bei gut. Also hätte Jonas gewürfelt, hätte ich gut gewürfelt, wäre ich schon längst down. Würde ich schon mal die Savings los heute machen. Kann ich, kann ich, kann ich noch erledigen heute? Nein. Uh. Uh, la, la, uh, 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 uh. Ich hab einfach nur sehr gut gewürfelt und ich hab, äh, leider Gottes sind es 16 Punkte Schaden. 16 Punkte Schaden? Die du durch, die du durch zwei teilen kannst. Okay. Aber acht? Ja. Ich glaube, ich war mal bei drei. Ich war noch nie bewusst los. Ne, könnte passieren heute. Oh ja. Ähm, ja, aber das war's schon. Und, ähm, Morgan ist dran. Und Morgan schießt auf den Typen. Er hört, er hört das Kampf. Oh, und er könnte sogar treffen. Nein, er schießt daneben. Es ist mit Disadvantage. Äh, wieder fliegt irgendwo ein, ein Armbrustbolzen zwischen euch beiden, hörst du so, vorbeifliegen und dann knallt irgendwas in die Wand rein. Dex, hast dran. Ich, äh, ich bin, ne, ich, äh, jetzt gerade, vielleicht ändert sich das nächste Zug wieder, aber ich will nicht riskieren, Gumo nochmal zu treffen. Ähm. Du hast, also, dank dir bin ich wirklich was down, ey. Äh, ja, 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 und das, äh, also so ein bisschen kriege ich das ja mit, auch wenn's dunkel ist. Deswegen, scheiß drauf, ich, äh, ich lege mein, äh, Schicksal in die Hände von Timora, der Göttin des Glücks, und, äh, schieß nochmal nen, äh, Firebolt ins Dunkel. Ja. Ups, der eine ist rausgefallen. Dann mach ich den nochmal. Den machen wir nochmal. Der erste war ne 17. Und ne fucking natural one, die ich nochmal würfeln darf, weil ich Heibling bin. Okay. Wenn du jetzt nochmal ne 1 würfelst, dann würfel ich, ob du ihn triffst. Ich findest so gut, ich vergesse halt auch immer, ich, 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 ich ärgere mich erst über die 1 und dann fällt mir ein, dass ich ne 9 würfeln darf. Ich sag ja nur. Fucking, fucking, fucking. Könnt ihr ihn umbringen. Es ist ne 15. Plus 6 ist ne 21. Das trifft. Wow, stell mal vor, du, das... Sorry, sorry, jetzt bin ich ein bisschen abergläubisch, ich nehm meine eigenen D10. Ja. Äh. Aber nimm vielleicht mal die anderen Würfel auch raus, damit man es klar sieht, wenn er gewürfelt wird. Okay. Ähm. Come on. You can do it. You can do it. 13. Das ist gut. 13 Punkte Schaden? Ja. Gut. Das ist nicht schlecht. Ja, du hörst ihn, ähm, ja, du hörst wirklich ein Schmerzensgeräusch von ihm, was du vorher noch nicht gehört hast, vorher war es eher so ein Knurren, dieses Mal war es wirklich so ein Arrgh. Ich war übrigens, war ich ja nur durch mein Halblingglück, ich hab direkt beim Schießen, ich hab eigentlich in die falsche Richtung geschossen, aber dann so ein kurzes Zuck mir in der Schulter, ich war ein bisschen verspannt. Du bist gestolpert oder sowas, ja. Und hab ihn quasi aus Versehen getroffen. Ähm, kannst du und willst du noch was anderes machen? Nee, ne? Nee, nein und nein. Dann ist jetzt Gummo dran. Also wenn ich jetzt Reckless attackiere, dann bin ich auf jeden Fall down, nächste, nächste. Also, dann hätte ich einfach die Chance jetzt nochmal ordentlich zu treffen, weil dann würde es sich mit Disadvantage ausgleichen. Du darfst nicht vergessen, dass du immer, dass er immer Advantage gegen dich hat in der Dunkelheit gerade. Hm, verstehe. Also dann ist es auch egal, dann kann es auch Reckless sein. Dann ist es ja eigentlich egal, dann muss ich dann, genau, das war auch letzte Runde so, dann werde ich auch wieder Reckless gehen und Franzien. Also, ich muss, äh, ich muss, ähm, ich muss dazu sagen, also ich nehm wirklich meine letzte Kraft zusammen. Ja. Also ich hab gegen... Du sagst jetzt nicht, du denkst nochmal an Faruk, der auf dich wartet. Genau. Und stirbt gerade, ohne deine Hilfe. Genau, ich guck nochmal auf den Stein. Ja. Was seh ich? Es ist... Es ist komplett dunkel. Okay. Ja. Nee, also, äh, nee, es ist wirklich so, äh, so weit war ich noch nie, also ich geh jetzt einfach rein und, äh, und lege jetzt alles wirklich... Du weißt, es geht um dein Leben. Ja, ich bin auch... Also wenn du das jetzt verkackst, ist die Wahrscheinlichkeit, wird tatsächlich nicht gering, dass dein Charakter das Gummus nicht lebend raus schafft. Das kannst du nicht machen. Das ist so. The only way is... Dann werde ich jetzt nicht würfeln, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie ich hier überleben kann. Nein. Die Zeit steht still für immer. Das kann... Das stimmt auch so halb. Also du könntest disengagen, aber das ist im Dunkeln eigentlich auch sinnlos. Ich wüsste nicht, wohin ich die... Ja, du könntest vor der Karte in den Reihen laufen. Ja, vor allem was machen wir dann, wenn du jetzt... Also, also ich mein, ich hab nichts zu so machen. Und wo sollst du dann hin? Der Rückweg ist komplett versperrt durch 100 Assassinen. Fick ihn kaputt, Kumo. Ja, sagst du so einfach, aber was, wenn ich jetzt eine Eins-Würfel-Dexer? Ja. Äh, Geos. Das ist nichts. Ich weiß. Ich bin genauso hilflos wie du. Das ist eine 7. Naja, würde ich treffen. Ne, 16 trifft wahrscheinlich nicht. Eine 11. Ja, so schmutzige 20. Neun ist eine 21, okay. Und die dritte Attacke ist eine 6. Ne, eine 9. Aber eine 18 trifft auch nicht. Ne, eine 8 trifft. Okay, komm. Ja, Mensch, wow. Einen der, ey, das werde ich ja... Also Leute, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich ein wilder Ritt bis jetzt. Ich hoffe, ihr behaltet mich ordentlich in der Rundung. Es ist eine 3 plus... Plus 8 ist eine 11. 11 Punkte Schaden? Ja. Das ist jetzt ein echtes Rundungsproblem, ne? Also, wenn er resistent ist, nimmt er nur 5. Und wenn er dann immer noch einen Hitpoint hat, dann hat er immer noch einen Hitpoint. Ja, du triffst etwas. Und du hörst ihn röcheln. Du hörst ihn wirklich röcheln. Das ist wirklich so... In der Dunkelheit, ne? Du rammst das richtig... Du spürst den Widerstand. Du rammst da richtig rein. Und ziehst es wieder raus. Und du hast das Gefühl, von dem, was du so gehört hast, von deinem Instinkt her, er kann nicht mehr sehr viel haben. Er klingt jetzt auch wirklich angeschlagen. Aber er ist dran. Ja, und nur der Vollständigkeit halber, ich wollte damit natürlich nicht deine Entscheidung vorwegnehmen. Ich wollte nur sagen, ich bin absolut dafür, die Regeln in dem Fall so auszulegen, dass es spannender wird. Auch wenn das für uns... Es freut mich, dass du das sagst, weil er ja gerade gegen dich gekrittet hat. Gegen wen? Gegen Dexter. Gegen Dexter. Er kostet ja gegen Dexter. Hä? Na gut, dass er nicht mich gekrittet hat. Ja, er kann ja noch zweimal angreifen. Stimmt. Okay, ist aber nicht so schlimm. Es sind 14 Punkte Schaden. Ja, dann habe ich noch 14 Punkte übrig. Genau. Und die zweite Attacke geht auf Gummo. Achso, das ist mit Advantage. Was ist das für eine AC? 18. Und die geht daneben. Wow. Die geht knapp daneben. Ich habe hier eine 17 insgesamt. Ich finde dich wirklich gerade und mein Haaresbreiter hat er dich verfehlt. Er ist so angeschlagen. Ja. Du machst mir aber bitte nochmal hier einen schönen Konstitutionswurf. Konstitutionswurf. Ah, was ist der Konstitutionswurf? Der hier. Grauer Fels. Hart wie Stein. Meine Konstitution. Natural 20. Okay, dann hast du es geschafft. Grauer Fels. Weiß ich. Was soll das denn werden? Ich habe den grauen Würfel aus dem Stein genommen. Dann ist jetzt Morgan dran. Guck mal, Morgan. Ja, komm, Morgan. Hey, Silky. Morgan, killsteel. Morgan. Der an Amrus Bolzen geht auch in die Pampa irgendwo. Irgendwo zerbricht Glas, als hier Amrus Bolzen da einschlägt. Ja. Aber Dexafetamin. Ja, ich meine, das ist ja jetzt wirklich nur noch wie so ein... immer wieder auf den Stein draufkloppen, bis er irgendwann mal kaputt geht. Ja, nochmal. Hey, Tymora hat meine Hand beim letzten Mal geführt. Ja. Ich lasse sie meine Hand nochmal führen und schießen und... Oh Gott, ich bin so... Das ist wirklich... Versuch's. Oh. Ah. Ah, Atem. Komm, Alexander-Technik. Genau, also ich lasse Tymora meine Hand führen, schieße einen Firebolt in die Leere. Das ist eine 19. Äh, das trifft. Sehr gut. Okay. Ich überlege, habe ich hier noch irgendein... Nein, 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 nein. Warte mal. Nee, fuck, es gibt keinen Reflex-Safe darauf. Nee, es gibt keinen Dex-Safe da drauf. Schade. Das ist eine magische Fernattacke. Weiß nicht, was... Äh. Ich gucke nochmal gerade, ob es hier noch irgendwas gibt, was er tun kann. Ja, bitte. Nope. Sieht nicht so aus. Das ist verdammt stark. Dann kriegt er 14 Punkte Feuerschaden, bitte. Das ist verdammt stark, Dexa. Okay, ja. Es, ähm... Tatsächlich, herzlichen Glückwunsch. Wow. Du schießt deinen Firebolt, ähm... Und in dem Moment, wo du... Wo du das machst, äh, ist die Dunkelheit plötzlich weg. Und ihr seht, dass... Ähm... Dieser Assassin, dessen Namen ihr nicht kennt. Der namenlose, große Skorpion. Ähm... Auch ein großes Loch in der Brust hat. Und das war genau da, wo der Anhänger war, den er berührt hat, um die Dunkelheit zu machen. Boah. Und die ganze Rüstung ist durchschlagen. Das kommt auf der anderen Seite wieder raus, ne. Und er guckt euch so ein bisschen erstaunt an. Mit großen Augen. Und dann... Es ist fast, als würde er kurz lächeln, als er euch anguckt. Und dann kippt er einfach rum. Wow. Wirklich Respekt, Dexter. Das war wirklich stark. Äh... Das war... Das... Das war... Das haben wir gemeinsam gemacht. Wow. Also ich klapp einfach zu Boden. Morgin meint auch so. Gute Arbeit. Alles zusammen, gute Arbeit. Das war echt... Das war echt richtig. Ich nehme eine Sekunde, um mich zu sammeln. Und dann stolper ich... Wo hat er das Gift hingestellt? Auf den Tisch? Das Gegend... Ja, das liegt da auf dem Tisch. Ja, ich mache mir noch die letzte... Ich nehme das sofort und steck's ein. Ja. Ich nehme mir... Ich mache noch so brennende Fetzen weg. Wer hat mich... Wer hat mich verbrannt? Ja, du bist völlig erledigt. Na, wie viele Hitpoints hast du noch? Äh, acht. Und du hast drei Levels von Exhaustion jetzt. Das bedeutet, du hast disadvantage auf wirklich alles. Also disadvantage on attack rolls, savings for the ability checks und deine Geschwindigkeit ist halbiert. Also du atmest wirklich schwer. Du kannst kaum noch... Du hast Blei in den Armen. Ich gucke, aber schaffe ich den Stein mir noch anzugucken? Ja, natürlich. Das schaffst du noch. Und da hat es jetzt... Wie lange haben wir gekämpft? Wir sind jetzt ungefähr auf halb, würde ich sagen. Okay. Okay, ich sag so Dexter, Dexter, wir sind auf halb. Wir müssen es irgendwie rechtzeitig zu fahren und zurück schaffen. Ja, wir müssen hier wieder raus. Wir... Ähm... Ich weiß noch nicht mehr, wie wir in diesen Scheißbunt so kommen. Ich, ähm... Hat dieser... Hat der... Der größere Skorpion, hat er irgendeine Art von Abzeichen an sich? Irgendwas? Also der Grund, weshalb ich gucken will, hat er irgendwas, was ich mitnehmen kann, um gegebenenfalls Leuten, die uns angreifen wollen, zu signalisieren, dass wir ihren Chef gekillt haben. Äh, ob das der Chef ist, weißt du nicht. Ja, ja, okay, aber genau. Einfach nur um... Also wir müssen da jetzt wieder raus. Ja. Es gibt nur einen Weg raus. Ja. Und... Ja, okay. Ist okay. Ähm, der hat auf jeden Fall, äh, so ein Skorpionensignium an seiner Rüstung kleben hier. Also nicht kleben, sondern so dran, äh, gearbeitet. Das könntest du mitnehmen, äh, ansonsten hat er natürlich ein Schwert, was fein gearbeitet ist, ähm, was man mitnehmen kann. Genau, das kann, das kann Gumo oder Morgan, ich will einfach nur genau, ich nehme mir dieses Symbol. Es gibt ja auch die gute alte Methode, jemanden den Kopf abzuhacken und den Kopf mitzunehmen, das geht auch. Ähm, dann gibt's natürlich noch eine Truhe in der Ecke. Die müssen wir durchsuchen. Allein schon, was wir da vielleicht für... Okay, okay. Vielleicht finden wir Hinweise zur Lady Damanjong oder so. Okay, ich mach's. Ich mach's, ich geh hin. Äh, geht die Truhe auf? Ähm, die... Die Truhe geht auf, ja. Und dann ist jetzt noch eine Glyph of Warring oder sowas drauf, oder? Ja, ich mein, du hast halt nicht mal versucht, die zu untersuchen, bevor du das gemacht hast. Nee, 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 ich bin halt auch grad ein bisschen dumm. Das ist ja... Ähm, mach mal bitte ein Deck-Safe. Ja. Was kommt vor? Äh, das ist... Äh, komm schon. Äh, Deck-Safe... Nee, das ist eine Elf. Ah, das ist nicht gut. Das ist eine Elf? Ja. Ähm, du kriegst einen kleinen Armbrustbolzen direkt in die Brust geschossen für 6 Punkte Schaden. Wow. Das ist okay, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Ähm, machst du bitte nochmal einen Konstitutionswurf? Ja. Da ist wahrscheinlich auch Gift dran, ja. Natürlich. Komm, hier ist wieder der Konstitutionswürfel. Ja gut, im Zweifel müsste ich mich da halt raustragen. Das ist so lustig, wenn du zu der Truhe hinmachst, das ist auch wie so ein Assassinenwurf. Boah, findest super. Ich findest super. Okay, aber das ist eine 16 insgesamt. Hast du geschafft. Okay, du bist nicht vergiftet, aber du hast einen kleinen Armbrustbolzen. Ich frei halt, also ich fluch auf Halbling. Und der Grund dafür, dass es nicht so schlimm ist, ist, weil du so klein bist. Wenn du normal groß gewesen wärst, hätte dich das Ding irgendwie voller Kahn ins Herz getroffen und sowas irgendwie mehr in die, weiß ich nicht, irgendwie die Schulter oder so. Ich fluch total laut auf Halbling. Irgendwie, also falls irgendjemand Halbling sprechen könnte, das ist wirklich das Schmutzigste, was man auf Halbling sagen kann. Ähm, und ja, würde gern diese Truhe durchsuchen. Ähm, in der Truhe sind diverse Giftviolen drin, in einem Rack. Dann, ähm, das ist so ein kleines, wie so ein kleines Mini, äh, nicht Regal, was heißt ein Rack auf Deutsch? Hm, ähm. So ein Gerüst, Mini-Gerüst. Ja, doch, also ist ein kleines Regal, so wie so ein Gewürzregal, ne? Genau, und dann, ähm, äh, sind, sind da mehrere Beuteln mit Münzen drin. Mhm. Ähm, wie viel wisst ihr jetzt nicht auf Anhieb, aber es fühlt sich viel an, als wäre da viel Geld. Und, ähm, was da auch drin ist, ist ein, ja, wie so eine, wie so eine kleine Steintafel. Mhm. Und mach mal einen Knowledge Arcana-Check. Ah, 15. Ja, das reicht. Ähm, du merkst sofort, ähm, dass das ähnlich aussieht wie der Zirkel, der da in der Ecke ist. Mhm. Und, ähm, da sind Anweisungen drauf, wie man diesen Zirkel benutzt. Ja. Für Nicht-Magier im Großen und Ganzen. Ah. Ja, also, ich habe jetzt keine Zeit mehr, aber stecke ich alles ein. Beziehungsweise, ich weiß ehrlich gesagt nicht irgendwann... Mach mal nochmal einen Knowledge Arcana-Check, bitte. Vielleicht ist das ein, wer weiß, ein Portal oder so. Ja, das ist jetzt leider nicht so geil, das ist eine Acht. Äh, hat Gummo das gerade gesagt? Ja. Ja. Äh, dir, dir daunt es so langsam, dass er ausnahmsweise zufällig Recht haben könnte. Ja. Es könnte ein Portal sein. Ja, ich habe schon mal ein paar Teile gesehen. Ah, okay. Achso, du meinst, vielleicht ist das der Ausgang und nicht das... Das heißt, ich habe keine Ahnung, ich fand so ein Vorstand. Ist ein anderer Zirkel als die oben. Ja. Ja. Aber sozusagen, also mit meinem Arcana-Wissen, so was ich jetzt gerade, weil ich ja auch müde bin, kann ich das vermuten, aber... Du bist halt Punchdrunk, deswegen kriegst du es gerade schwer zusammen. Aber dein erster Wurf war auf jeden Fall schon mal, um zu erkennen, okay, das ist... Offensichtlich gehört das zu dem. Und es macht irgendwie Sinn, ja, wie kommen die da hin, wie kommen die zurück? Ja, ja, genau. Das muss ja irgendwie gehen. Ach, voll gut. Darf ich... Ich weiß, ich bin müde, aber kann ich in den Erdganasi investigaten, durchsuchen? Ich dachte gerade, in den... Was ist denn der Satz zu Ende? Ja, kannst du machen. Was willst du denn untersuchen? Naja, ob er quasi vielleicht nochmal ein Tagebuch hat oder... Naja, irgendwie, vielleicht irgendwas an sich. Ich liebe diese... Ich nenne es mittlerweile Playstation-Logik, wenn er das macht. Das ist dann immer so ein Ding, wo so... Ja, klar, ein Computerspiel wäre das so. Naja, vielleicht ein Tagebuch wird am nächsten Zeit... Da würde dann so alles auch drinstehen, so... Ja, damals kamen die Zombies in der Ordnung, dann haben wir das und das gemacht. Nee, er hat kein Tagebuch dabei. Aber vielleicht eine Waffe und Dolch vielleicht, einen besonderen Dolch. Kein riesiges Schwert, was neben ihm liegt. Ja, das würde ich schon gerne mitnehmen. Ja, nimm das mit. Und ich würde gerne das Buch raussuchen, was er vorhin gelesen hat. Das liegt auf dem Sessel. Okay, ich würde gerne einmal, bevor wir losgehen, mir noch den Schreibtisch genauer anschauen, ob ich da irgendwas Interessantes finde. Okay, wie machst du das? Erstmal, nachdem ich ja bei der Truhe so meine Erfahrungen gemacht habe, erst mal, äh, ähm, also nähere ich mich, ich bin schon, also ich fast, sorry, das ist so, ich, also ich würde den Schreibtisch vorsichtig, also wirklich sehr, sehr vorsichtig, so eventuell, also nochmal anders, ich schaue schon, ob er eine Falle hat. Mach einen investigation check. Genau. Aber tatsächlich, das ist wichtig, weil für, ich würde ihn schon dabei berühren, sehr vorsichtig. Ja, ja, okay. Also ich versuche nichts zu öffnen, aber ich taste ihn ab. Äh, naja, ähm, investigation, warte mal, war ich da, proficient, ja, dann ist es eine 12. Äh, okay, du findest nix. Und ich habe auch nichts Besonderes an ihm gefunden, ne? Nein, er trägt einfach nur seine Klamotten und seine Rüstung, die total kaputt ist jetzt, ähm, und dieses, äh, dieses große Schwert. Okay, super. Ja, gut, dann lass uns jetzt, ähm, also genau, dann, ich... Also ich meine, du findest keine Falle. Ja, achso, ich finde keine Falle. Ja. Ja, ähm, und als Dexter weiß ich ja nicht, dass ich nur mittelmäßig gewürfelt habe, dann mache ich da, also gibt es da Schubladen, Kästen oder sowas? Ja, da gibt es zwei Schubladen. Aus der einen hat er das Gift geholt und die andere hast du noch nicht gesehen, was da drin ist. Genau, ich mache beide auf. Okay, in der einen Schublade, die ihr vorher noch nicht geöffnet gesehen habt, ähm, ist, äh, ein bisschen Papier zum Schreiben drin, ein paar Stifte und Tabak und alles, um sich so eine Pfeife zu stopfen. Oh, das nehme ich mit, da freut sich Faruk. Okay, äh, und in der anderen, äh, Schublade ist eigentlich auch nicht sehr viel mehr drin, als ein paar einzelne Münzen, ähm, und das offensichtlich das Gegengift, was er da schon hingelegt hatte, weil er wusste, dass ihr kommt. Ja, also genau, das Gegengift habe ich ja sofort eingesteckt. Ja, das hast du schon eingesteckt, genau. Genau, wie gesagt, ich bring, ich bring, ich glaube, ich glaube, das freut Faruk, wenn er den Tabak von dem Assassinen, der seinen Tod in Auftrag gegeben hat, aufrauchen darf. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, woher wissen wir, also, wir sind ja keine Giftexperten, vielleicht war das auch eine Finte von ihm. Vielleicht. Ja, äh, was möchtest du machen, Gummo? Was ist dein, was ist dein Vorschlag? Ich habe keinen besseren Vorschlag, aber ich sag ja nur. Ich habe hier noch Gift aus der Truhe eingesteckt, also, vielleicht, vielleicht ist es doppelte, umgekehrte Psychologie, vielleicht ist es, äh, das Gift ist eigentlich das Gegengift und so weiter, aber ich würde trotzdem sagen, was, was wollen wir machen? Wir geben Faruk das Gegengift, gucken, was passiert. Du hattest recht. Ja, toll. Ich hab nur noch kurz daran gedacht. Ähm, dann, genau, dann würde ich jetzt versuchen, dieses Portal zu aktivieren, mithilfe von den Instruktionen. Dann machen wir bitte nochmal einen Knowledge Arcana-Check. Ein letztes Mal. Komm schon, komm schon. Natural 20. Okay. Ähm, du schaffst es, das Portal zu öffnen, auf Anhieb. Es klappt sofort, du folgst den Instruktionen, aber du hast natürlich auch dein eigenes Wissen darüber. Ja. Ähm, und mit dem Glück der Halblinge ist es sofort alles richtig. Du sprichst die, äh, Inkantation komplett richtig aus, es passiert alles sofort, genau so, wie es sollte. Das Tor geht auf und, ja, was tut ihr? Also, es ist nicht das Glück der Halblinge, das ist natürlich meine akademische Bildung. Ja. Ja, in Süddeutschland würden wir sagen, ich hab das alles kombiniert. Gelernt, ich halt gelernt. Ja. Ähm. Ja, ich würde durchgehen. Also, ich würde, alles ist besser, als hier in diesem Tempel zu bleiben. Ich würde auch, ich meine, ja, ich bin jetzt wirklich auch so, es ist mir scheißegal, also, entweder kommen wir mit dem Portal zurück, oder wir sterben dahinter, ist mir scheißegal. Okay. Ich gehe auch rein. Ähm, es wird so funny, wenn ich da was fiesse, aber es ist egal. Ihr seid auf dem elementaren Ebene des Feuers. Genau, ihr seid in den neuen Höllen angekommen. Ähm, nein, ihr, ihr kommt auf der anderen Seite raus und, äh, ja, ihr seid in einem Zelt auf dem Nachtbasar. Ihr könnt da rausgucken schon, es ist nur ein Spalt offen, aber ihr, also, ein bisschen offen, aber ihr seht, okay, das ist hier, ihr seid auf dem Nachtbasar wieder. Dann würde ich jetzt echt sagen, so, ich glaube, ich glaube, hier ist es okay, lass uns hier jetzt erstmal wirklich eine Stunde ausruhen, bevor wir noch irgendwas machen. Oder guck mal auf den Stein, ich glaube, wir haben noch eine Stunde, oder? Ich würde es nicht auf kurz und knapp machen, also, ich würde vielleicht nicht, warum nicht aus dem Basar raus einfach. Also, okay, ich meine, ich meine, hier, das ist die schädigste Ecke überhaupt. Nur, falls wir jetzt unterwegs nochmal, ja, aber dann schnell hier raus einfach. Wir gehen quasi dieser, wieder... Ich denke, das können wir jetzt auch abkürzen an dem Punkt, ähm, ihr macht euch auf dem Weg zurück durch den Nachtbasar, äh, durch den, äh, Roten Markt und so weiter wieder raus. Ihr kommt, ihr kommt bei Ahamads Bar raus auf der anderen Seite wieder und, äh, der, ja, er, er will euch nur noch loswerden, weil ihr nervt. Ähm, und... Ich geh, ich bin aber... Sorry. Ja, nee, Dexter, nee, nur ganz kurz, Dexter kann nicht anders im rausgehen, so kurz, als wir gerade noch so knapp 100 Fuß entfernt sind, castig noch eine Message an den größeren Ahamad und sag nur, keine Sorge, wir haben den größeren Skorpion auch getötet. Und dann gehen wir weiter. Cool. Dann geht ihr, dann geht ihr so in Slow-Mo. Alles, was zählt, ist Familie. Dann fahrt ihr weg. Okay. Ähm, und ja, ihr macht euch auf den Weg zurück zu Miros, äh, beziehungsweise, ne, ja doch, Faruk ist auch da, äh, zu Faruk zurück. Und da machen wir jetzt, äh, denke ich, den Breakpoint. Äh, ab demnächst dann hoffentlich wieder mit Falk Pyrček, äh, das, sonst muss ich mir noch was anderes ausdenken, um euch da wieder komplett rauszureißen. Nein, das wird nichts passieren. Ähm, bitte lasst uns ein Like da, ein Abo da, ähm, gebt uns gerne Geld auf Patreon, unterstützt uns gerne auf Twitch, das freut uns alles sehr doll. Ähm, ansonsten hat, äh, Georg noch einen Podcast. Genau, Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung, da erzähle ich einfach Quatsch mit einer super lustigen Kollegin, äh, wenn ihr Lust habt, hört doch mal rein, überall, wo ihr Podcast findet. Genau. Ansonsten komm gut nach Hause. Nehmt immer das volle Gold. Und Gott schütze den Puchdruck. Yeah. Tschüss. Und Gott schütze den Puchdruck. Ich schütze den Puchdruck. Ich schütze den Puchdruck. Vielen Dank.